Musik Hört ihr mich oder sind wir auch schon dekohärent? Und ja, die Frage müssen wir uns stellen nach dieser sechsten Folge Westworld, die da eben heißt dekohärenz oder dekohärenz. Aber trotz allem, ich bin immer noch der Dom vor dem Mikrofon und meine beiden, ja, Hosts inzwischen sind auch hier am Start. Einmal der Patrick. It's your fucking hallucination, not mine. Und der Christopher. Eine feindliche Übernahme durch einen anderen Cast wird nicht geduldet. Genau. Aber der eigene Cast kann dann vielleicht auch eine eigene Dynamik entwickeln, unabhängig vom Ursprungssystem. Du klingst schon wie ein Inside-Mitarbeiter. Ja. Ja, I wanna see the assets, ne? Das haben wir aber auch schon Jurassic World gehört. Ja, Spaß beiseite. Die sechste Folge liegt hinter uns. Zwei Folgen liegen noch vor uns. Es geht so langsam ans Eingemachte, auch wenn das hier in meinen Augen eher eine Brückenfolge ist, oder? Ja, ja. Ja, ja. Es ist eine Character-Building-Folge, so kam es mir vor, für einige Charaktere. Für andere Charaktere war es nur eine Imposition fürs große Finale bringen-Folge. Genau. Hatte ich teilweise den Eindruck. Aber das ist jetzt nicht unbedingt negativ zu werten, würde ich sagen. Nein, absolut nicht. Es war ja trotzdem unterhaltsam in der Art und Weise, wie sie es hingekriegt haben. Ja, sie kriegen, das kriegen sie aber grundsätzlich immerhin, einen Charakterfokus auf irgendwas zu legen und gleichzeitig die Hand nur voranzutreiben. Das haben sie selbst in der berühmt-berüchtigten Indianer-Folge in der zweiten Staffel hinbekommen. Über die möchte ich nicht reden. Ja, ach Gott. Findest du die so schlecht? Wirklich? Ja, geht schon. Das ist doch sein Insider. Er mag die deutlich weniger als jeder. Wenn du die erwähnst, dann muss er drauf einhacken. Das ist der Instinkt vom Chris. Wenn wir bei dieser Diskussion lostreten, kommen wir nicht mehr davon. Ja, ja, genau. Da kloppen wir uns ein andermal drüber. Ja, die sechste Folge, Dekohärenz, geschrieben einmal mehr von Lysa Joy und Susanne Vröbel. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Die ist seit dieser Staffel als Staff-Writerin dabei, genauso wie Gina Adwater, von der dann die siebte Folge stammen wird. Und diese Susanne Vröbel hat noch nicht wirklich viel gemacht. Unter anderem irgendwie eine Folge, Weird City hat sie geschrieben zuletzt. Und ansonsten aus dem Kurzfilmbereich, also ein ganz schöner Karrieresprung, ne? Von nichts zu Westworld, aber gut. Und Regie hat wieder mal eine Dame unseres Vertrauens geführt, nämlich Jennifer Getsinger. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Also auch wieder so ein kleiner Zungenbrecher irgendwie. Die ist auch ganz neu bei Westworld, wird auch das finale Crisis Theory, beziehungsweise Krisentheorie inszenieren. Und ja, hat unter anderem schon auf dem Regiestuhl gesessen bei Serien wie Marvel's Daredevil, Outlander, How to Get Away with Murder oder als allerletztes noch Marvel's Jessica Jones. Hat also schon ein bisschen was für Netflix gemacht und ein bisschen was für andere. Und ist jetzt bei Westworld am Start und ja, ist glaube ich inzwischen die dritte oder vierte Frau auf dem Regiestuhl? Ich glaube schon, ne? Lukas' Film sollte Notiz nehmen. Genau, genau. Ja, weil dabei ist ja J.J. Abrams ja auch beteiligt als Produzent, ne? Richtig. Verdammter Heuchler. Alle zusammen. Richtig. Solange sie nicht Kathleen Kennedy an Bord holen, sehe ich da auch nicht schwarz. Werden sie nicht. Nein, 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 nein. Hilfe! Genau. Und ja, die Folge setzt eigentlich da eher an, wo Folge 4 geendet hat, aber auch, ja ne, eigentlich, wo Folge 5 geendet hat, eigentlich nicht, ne? Weil von Dolores sehen wir ja eigentlich gar nichts. Beziehungsweise hören sie nur übers Telefon. Genau. Keine Ahnung, ob die irgendwie mit R Berlin schon irgendwie in Deutschland ist oder was auch immer. Ja, wie steigen wir ein in die Folge? Wir steigen ein mit einem Rückblick, beziehungsweise kein Rückblick, sondern es wirkt erst wie einer und ich muss dazu schon mal sagen, ich kann nicht mehr sehen, wie Maeve mit ihrer Tochter durch irgendwelche Felder zieht. Also dieses Image geht mir echt auf den Sack inzwischen. Ja, ich konnte noch nie so richtig diese Motivation gutheißen oder beziehungsweise Maeve dafür anfeuern, dass sie das will. Weil klar, sie ist irgendwo darauf programmiert, aber ich kann einfach die Tatsache nicht abstellen, die Tochter ist nicht echt, sie ist nicht echt. Und was sie da fühlt, ist einfach nur ein Rest einer Programmierung aus einem vorherigen Hostleben. Deswegen konnte ich da emotional noch nie richtig involviert sein. Das ist so der eine Knackpunkt am Maeve-Charakter für mich. Das ist halt, sie hat einen wirklichen McGuffin anprogrammiert, anders kann man es nicht beschreiben. Ja, das stimmt schon, die Tochter ist irgendwo ein McGuffin. Obwohl mich das jetzt nicht, wer weiß wie, stört, weil das ist ja auch so ein bisschen die verletzliche Seite von Maeve. Weil man muss ja sagen, sie ist ja teilweise manchmal schon und gerade in Staffel 2 und auch jetzt wieder hier, sie ist manchmal fast schon ein übermächtiger Charakter. Wie sie, also ich fand zum Beispiel in der zweiten Staffel am Anfang, habe ich mich echt irgendwie schwer damit getan, dass sie jetzt Hosts auch noch mit ihren Gedanken kontrollieren kann. Also das, das fand ich too much. Ja, aber ich finde nie, dass es sie langweilig gemacht hat. Für gewöhnlich sind solche unverwundbaren, übermächtigen Charaktere ja immer sehr schnell öde. Aber ich weiß nicht, ob es am Skript liegt oder an Fanny Newtons Spiel, wahrscheinlich alles auf einmal. Es macht wie immer eine helle Freude, Maeve zuzusehen, auch wenn ich dieses Endgoal für sie mit der Tochter durch schöne Felderrennen einfach nicht so erstrebenswert finde. Und ich hoffe, da kommt in Zukunft noch was anderes. Ich fände es wirklich toll, wenn man den Tochterplot abhaken könnte und Maeve in eine andere Richtung dreht. Ja, das könnte vielleicht sogar kommen. Warten wir mal ab. Also man muss ja auch sagen, dieser kurze Rückblick hier ist eigentlich kein wirklicher Rückblick, denn Maeve traut dem Ganzen nicht so wirklich über den Weg. Also sie ist, es ist, sie befindet sich in einer Simulation des Host-Paradieses, ne? Sublime, wie es im Originalton heißt. Und ja, wer ist natürlich bei ihr? Serac, der ihr damit, also Angron Serac, der ihr damit halt demonstrieren will, was sie haben kann. Er hatte es ihr ja in der vierten Folge, hatte er es ihr ja prophezeit, dass sowohl Himmel als auch Hölle sehr real für sie werden könnten. Na, und was ich einen sehr coolen Gedanken fand, den Serac hier geäußert hat, und da merkt man auch, dass er irgendwie doch auch von den Hosts und von dieser Technologie, wie eben deren Gedächtnis funktioniert, eigentlich fasziniert ist. Er sagt, naja, das menschliche Gedächtnis ist eigentlich nicht perfekt, aber das von Hosts schon. Und dann äußert er diesen Gedanken, dadurch, dass du immer wieder zurückgesetzt wirst, hast du eigentlich keine Vergangenheit. Du hast eigentlich nur eine Gegenwart. Was das Ganze mit der Tochter umso paradoxer macht irgendwo. Ja, da ist schon was dran, weil sie klammert sich ja eigentlich so ein bisschen an ihre Vergangenheit. Vielleicht wollte er ihr das auch damit vorführen. Ja, und sie sagt dann eben, also es wird offenkundig, dass das hier eben in einer Simulation spielt, weil ihr Körper ja zerstört wurde in Folge 4. Sie wurde ja getötet von Muschores, wie ich ihn jetzt einfach nenne. Und ja, sie wartet jetzt letzten Endes darauf, dass sie neu gerendert wird und sagt dann aber eben zu Serac, dass sie eben das haben möchte, was Dolores hat, nämlich, ja, Allies, also Verbündete, Hilfe. Und die scheint ihr Serac dann auch zu besorgen, indem er dann eben neue Hosts rendern lässt, wo wir dann später noch zukommen. Er sagt Maeve aber auch, wenn sie noch mal versagt, dann wird sie noch mal ganz andere Sorgen haben, ne? Und das war schon wieder eine ganz schöne Drohung von ihm. Der kann nicht anders. Der kann nicht anders. Ja, es ist der gleiche Moment wie in der ersten Folge, als Maeve mit dem Messer auf ihn losgehen will und er stoppt sie einfach. Manchmal hat man das Gefühl, Maeve selbst kann und will nicht wirklich begreifen, dass sie unter seiner Kontrolle steht. Oder gesteht sich selbst immer noch mehr Kontrolle über sich selbst zu, als sie denkt. Und er muss sie immer wieder daran erinnern, du hast überhaupt keine Kontrolle. Gar keine. Und du bist von mir abhängig. Ja. Absolut gar keine hat sie. Na? Ich muss sagen, also ich fand diese Intro-Sequenz fand ich halt visuell, also auch wenn man deutlich sieht, dass sie vor einem Greenscreen stehen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das billig klingt, aber ja gut, dass diese Welt halt irgendwie künstlich aussieht, das ist wohl Absicht auch, ne? Ja, das war ja schon in dem Ende von Staffel 2, als man das Tor aufgehen sieht und man sieht, wie die Hosts alle da reingehen. Es sollte einen klaren Kontrast darstellen zu der Westworld-Welt, die wir gewohnt sind. Richtig. Das sollte, äh, und das soll halt auch, ich denke, das soll zu schön, um wahr zu sein, aussehen, ne? Ja, die Vorstellung von einem Paradies, aber eben nur die Vorstellung. Genau, richtig. Ja, und Maeve befindet sich dann, nachdem sie raus ist aus dieser kurzen Sequenz, die mich auch wieder so ein bisschen, da musste ich auch schon früher dran denken. Oder, also schon, wo sie in der zweiten Folge die Nazis da einfriert, da musste ich an die Szene in Matrix denken mit der Frau mit dem roten Kleid. Ach ja. Ne? So ähnlich ist das auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Schon wieder die Matrix-Referent. Yippie. Ja, die bleiben nicht aus. Genau, und passend dazu landet Maeve hier einmal wieder in Warworld, was so gesehen wahrscheinlich einfach ihr digitaler Käfig ist, ne? Beziehungsweise sie wird hier zwischengelagert. Da passiert dann eigentlich wieder nur derselbe Quatsch wie immer, ne? Wobei ich's sehr cool finde und ich hab's jetzt nochmal deutlich rausgehört. Ramin Djawadi variiert dieses typische Westworld- oder Sweetwater-Thema in Warworld. Das fand ich sehr cool. Ja, und dann kommt der Punkt, du hattest im Vorgespräch gesagt, das kam dir ein bisschen Fillermäßig vor. Mhm. Das stimmt auch, weil dann verbringt Maeve die nächste Zeit mit nichts weiter als Nazis aufzumischen in High Heels. Genau. Was eine extrem coole Szene werden könnte, auch da eine Matrix-Referenz. Der Kampf von Neo gegen die endlosen Smith-Duplikate. Mhm. Aber wir kriegen es nicht zu sehen, Maeve fängt an auszuteilen und der Vorspann beginnt. Ja. Was ich schade finde. Ja. Natürlich findest du das schade. Ich mein gut, es hat ja seinen Sinn, sie in Warworld nochmal reinzustecken. Durchaus in der Folge. Aber ja gut, auf der anderen Seite, dass sie halt wieder genau am selben Punkt ihre Schleife beginnt, das ist soweit auch schlüssig. Aber ja, ich weiß nicht, es wirkte, also zumindest, dass sie die Nazis da irgendwie aus Langeweile verprügelt, das wirkte wie so ein Filler. Was ich jetzt aber nicht, weil weiß, wie schlimm finde. Vor allem, es ist auch irgendwie cool, wie sie dann halt diese Geste macht von wegen, ja Jungs, kommt mal her. Das ist schon wie der Neo in der Feministen-Version. Ja. Das ist das Training, nur ohne den Mentor. Ja, das könnte man dann vielleicht auch so ein bisschen Matrix Reloaded, gibt's doch diese Szene, wo da irgendwie noch diese normalen Dings da anklopfen, diese normalen Agenten da bei diesem Pion treffen und Neo dann so sagt so, ja, Upgrades. Und dann trotzdem kurz einen Prozess mit denen macht, klasse. Genau, und dann trotzdem kurz einen Prozess mit denen macht. Und dann, ja, springen wir zu William und hier versucht die Folge einen zu täuschen. Weil das letzte Mal, wo wir William gesehen haben, war ja, wo er frisch inhaftiert war, in diese Psychiatrie namens Inner Journeys, ein besonders subtiler Titel an der Stelle. Und am Anfang will einem die Folge glauben machen, dass es da jetzt einfach weitergeht, aber an einer anderen Stelle wird angedeutet, dass er drei Monate schon dort ist. Und da haben wir wieder dieses Zeitfenster, was sich komplett durch die ganze Staffel bisher zieht, ne? Drei Monate. Drei Monate sind seit dem Vorfall im Park vergangen und wir haben ja gesehen in Folge vier, dass Williams Hand noch verletzt und relativ frisch verbunden war. Also kann da nicht viel Zeit zwischengelegen haben, ne? Ja, das, ja, ich hab jetzt zu dem Zeitfenster nicht wirklich viel zu sagen. Ich wollte eigentlich zum eigentlichen Inhalt kommen, was wir da sehen. Man merkt, dass die Monate schon schnell rumgingen, als er eingeführt wurde in diese Anstalt. Da war er noch vollkommen perplex und in Rage. Und jetzt in der Therapie war er halt wirklich schon dieser abgebrühte, abgestumpfte Zyniker, der schon etwas länger in der Therapie ist und das alles so ganz gelassen nimmt und einfach auf seine Pillendosis wartet. Ja, oder alles, auf alles scheißt einfach irgendwie geführt, ne? Also da kommt halt der William, den wir kennen, zurück, weil ich meine, der war ja am Ende schon, am Ende der vierten Folge ist der wirklich schon fast katatonisch gewesen. Der war gebrochen, der war richtig gebrochen. Ja, und es ist natürlich jetzt die Frage, wie er dann sich jetzt so, ja gut, vielleicht geht's ihm sogar in der Behandlung besser, keine Ahnung. Aber er muss sich halt von morgens bis abends mit sich selber beschäftigen, was er ja nicht will. Ja, aber es ist ein einziger großer Spaß zu sehen, wie Williams Zynismus diese komplette Selbsthilfegruppe zerstört. Ja, 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 ja. Diese Rede, die ist auch mal wieder etwas, das kommt an die besten Reden von ihm und Robert Ford und deren gemeinsame Dialoge aus Staffel 1 und 2 ran. Das ist fantastisch. Ja, und das offenbart auch wieder sein wirklich schon, ja, ich würde sagen schon misantropisches Weltbild. Obwohl er ja ein Philanthrop war draußen in der Realität. Das ist hochspannend. Genau, ja, ja, das wird dann ja auch nochmal hier ausgeführt ein bisschen in der Folge. Diesen William hat mich aber tatsächlich vermisst. Ja, ich glaube, es ging hier darum zu zeigen, dass William desillusioniert ist bezüglich dessen, was er draußen auch in der Realität gemacht hat. Weil wir haben ja nie wirklich Einblicke da rein bekommen, wenn ich mich recht erinnere, für was für Projekte er Geld gespendet hat. Ja, es hieß einfach nur, er ist wohltätig. Genau, genau. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, das hatte vielleicht auch was mit Umweltschutz zu tun, weil in seiner Hass-Triade, die er hier in dieser Selbsthilfegruppe abfeuert, da spricht er halt darüber, dass er glaubt, Gott hat die Menschen schon lange hinter sich gelassen, weil er hat uns ein Paradies geschenkt. Und was haben wir daraus gemacht? Wir quetschen diese Welt aus für das kleinste bisschen Energie, das wir gewinnen können. Und lassen sie verwüstet zurück. Wir sind eigentlich nur Maden, die an einer Leiche nagen. Und ich glaube, da ist vielleicht auch ein enttäuschter Umweltaktivist oder auch ein enttäuschter Klimaschützer, der da in ihm drinsteckt. Auf alle Fälle ist er enttäuscht von allem, von dem Gesamtbild, was er sieht. Und es ist wunderbar, als er dann damit fertig ist, dass er sogar eine andere Patientin damit zum Heulen gibt. Das stimmt, ja. Wo er dann noch sagt, do you believe in Santa Claus too? Das war geil, ja, das war geil. Vor allem, da glaubt dann einer, ja, Gott hat einen Plan. God's fucking plan. Ja. Auf jeden Fall sehen wir dann auch schon hier seine Psychiaterin, die für ihn zuständig ist. Natasha Lang heißt die, glaube ich. Und dann sehen wir auch eine Sitzung mit ihm alleine. Also es ist ja erst die Selbsthilferruppe, die sie leitet. Und dann sehen wir später seine Therapiesitzung mit ihr. Und erst sieht man, dass er gepolsterte Handschuhe trägt oder einen gepolsterten Handschuh trägt. Den zieht er dann aber aus und man sieht, dass, ja, man hat das ja am Ende von Staffel 2 gar nicht so gesehen. Aber jetzt schon, Dolores hat ihm wirklich zwei Finger abgeschossen damals, ne? Ja. Die Hand scheint immer noch irgendwie zu jucken oder zu schmerzen. Auf alle Fälle ist sie komplett vernarbt. Ja. Das ist Fantomschmerz. Aber das ist wieder, das deutet wieder darauf hin, dass wirklich eine ganze Zeit vergangen sein muss, ne? Ja. Weil er hatte, er hatte, wenn man sich erinnert, er konnte sich nicht selber rasieren in der, in der vierten Folge, ne? Obwohl, da haben wir auch ein kleines Detail übersehen. Er sagt nämlich, also ich habe jetzt auch nochmal halt die deutsche Version gesehen, ne? Äh, beziehungsweise sie untertitelte, weil die deutsche gibt es ja inzwischen nicht mehr oder momentan noch nicht. Exakt. Genau. Da, äh, sagt er zu Charlotte Hale oder, da fragt sie ihn ja, wo sie ihn da rasiert, fragt sie ihn, warum er denn das nicht im Badezimmer macht. Und dann sagt er, ja, den Spiegel benutze ich nicht, beziehungsweise das Badezimmer benutze ich auch nicht. Und es hängt eindeutig mit dem Trauma, äh, über den Tod seiner Frau zusammen. Oder vielleicht auch über seinen eigenen, wie ich ja in der letzten, äh, in der vorletzten Folge, äh, gemutmaßt habe, ne? Aber das werden wir dann vielleicht noch sehen. Vielleicht kann er auch sein Gesicht nicht mehr im Spiegel sehen. Das kann auch sein, ja. Obwohl er sich ja im Spiegel betrachtet hat, als er da, als er da überrascht wurde von, äh, Ghost Emily. Ach, ja. Ja, äh, um Emily geht es auch ein Stück weit immer noch hier, weil seine Psychiaterin, sagt ihm halt, dass nur er wirklich so, sich selber helfen kann, eigentlich so gesehen. Deshalb sitzt er auch in der Selbsthilfegruppe, ne? Und er muss eben akzeptieren, dass er, dass er seine Tochter getötet hat. Und das tut er auch wohl so langsam. Aber es ist dann wirklich interessant, wie er es irgendwie komplett dicht macht. Und als sie ihm dann gar nicht mehr zuhört, fängt er plötzlich an zu reden, ne? Man merkt auch, er ist irgendwie, er ist auch lebensmüde. Er sagt nämlich irgendwie an einer Stelle, ich gehöre eigentlich in Kiefern-Sarg, ne? Genau. Und er kann irgendwie auch nicht mehr mit sich selbst leben und der Schuld. Und dann bekommen wir jetzt eigentlich nochmal was an die Hand, was ein zeitlicher Anker ist. Denn er ist ein wenig irritiert, dass seine Psychiaterin plötzlich sehr aufgebracht ist. Es wird auch schon über den Verlauf der Sitzung wird auch angedeutet, dass die irgendwie sich darüber wundert, dass ihre Familie sie ständig anruft übers Handy oder sie versucht zu erreichen übers Handy. Weil sie eigentlich wohl irgendwie klargestellt hat, dass das halt während der Arbeit nicht, also dass das ein Tabu ist. Und ja, es gab ja ein Ereignis in der fünften Folge, was so ein bisschen die ganze Welt erschüttert hat. Und das kriegen wir dann jetzt auch hier zu spüren, ne? Das hat ja fast schon ein bisschen unfreiwillige Komik. Nicht nur du bist hier. Echt? Ja, oder vielleicht auch gewollte Komik. Aber dass du einfach siehst, dass da eine Psychiaterin ist. Ja. Die Person, die ja wohl absolut gefasst und sachlich sein muss auf der professionellen Ebene. Die dann da mit einem Mann spricht, der ein sehr heftiges Trauma erlitt. Und der schüttet gerade sein Herz aus. Und dann sieht er nur rüber zu seiner Psychiaterin und die erleidet einen völligen Zusammenbruch und ist nicht mehr Herr ihrer selbst. Ja, ja. Bisschen komisch schon. Vor allem völlig mit sich selbst beschäftigt. Aber ich fand das cool, wie sie das eben eingeflochten haben vom zeitlichen Ablauf her. Also, dass man sich jetzt denken kann, dass das genau der Moment ist, wo Dolores eben alle digitalen Schleusen geöffnet hat. Ja, und was kriegt diese Psychiaterin? Natürlich ihr Inside-Profil. Und da stehen so hübsche Sachen wie, ja, dass sie in ein, zwei Jahren ihre Zulassung verlieren wird. Dass sie opiumsüchtig ist. Und dass sie, ja, in ein bis zwei Jahren wird auch ihre Ehe kaputt sein. Nein, denn die betrügt wohl ihren Mann schon Ewigkeiten mit diversen Patienten. Was schon eigentlich aussagt, dass diese Dame eigentlich einen furchtbaren Job macht. Weil wenn man mit seinen Patienten schläft, heißt das, dass man eventuell auch eine Art Übertragung stattfinden lässt. Also, dass man zu sehr Anteil nimmt am Patienten. Dass man eben nicht diese Barriere wahrt, diese professionelle Barriere. Das tut sie bei William komischerweise schon. Was wir noch sehen, sie geht da zu ihrem Rechner. Und da wird schon klar, da steht wirklich, dass William schon seit drei Monaten da ist. Da muss man mal drauf achten. Es empfiehlt sich auch bei dieser Folge, auch eben bei dem Profil von der oder auch schon in der fünften Folge, einfach mal das Bild anzuhalten und sich das mal durchzulesen, was da so steht. Ja, aber bei ihr können wir zumindest sicher sein, dass sie kein Harley Quinn wird. Äh, nee, eher nicht, nein. Zum Glück nicht. Nee, da kommt's nicht mehr zu. Ja, was dann noch interessant ist, sie schlägt William vor, ihn einer AR-Therapie zu unterziehen. Also wirklich Argumented Reality. Und sie erwähnt, dass das auch irgendwie Anwendung findet bei Leuten eben, die unter PSD leiden. Also Post Traumatic, äh, PTSD. Stress Disorder. Genau, äh, also Post Traumatisches Stress Syndrom. Und da, ja, da kann man so langsam anziehen, gewisse Parallelen zu ziehen zu dem, was wir in der fünften Folge gesehen haben, ne? Also diese schattenhaften Einblendungen von Caleb, der da auch festgebunden ist mit so einer AR-Brille. Und er kriegt auch dieses Implantat in den Mund rein, das Caleb da auch hatte. Genau, aber das, da sind wir noch nicht. Und, äh, ja, äh, seine Psychiaterin ist völlig fertig. Und, äh, ja, William wird dann in einen anderen Raum geschafft, wo sie eben, ja, ihm dieses Implantat verabreichen. Und da kommt dann auch schon durch, dass da auch schon irgendwie Chaos ausgebrochen ist, weil die Hälfte der Belegschaft ist anscheinend verschwunden in dieser Psychiatrie. Ja, der interessanteste Punkt da ist aber, sie entnehmen eine Blutprobe von William. Ja. Und dann steht da auf dem Bildschirm, was genau stand da, unidentifizierbarer Typ? Oder, was genau war das? Ja, aber das hatten wir doch auch gesehen, als Charles Loris ihn irgendwas injiziert hat. Vielleicht war es das. Ja, genau, das ist es nämlich. Oh ja. Genau, das ist es. Also hat sie ihm doch was injiziert. Sie hat ihm anscheinend irgendein Protein injiziert. Und das haben sie jetzt in seinem Blut erkannt. Und das stört teilweise sogar wohl wirklich die Systeme. Und übermittelt eine Tracking-Datei an Charlotte, die das dann später auch auf ihrem Computer zur Kenntnis nimmt. Wo wir dann auch sehen, diese Psychiatrie ist anscheinend in Mexiko. Ne? Oh Mann. Das könnte irgendwann mal einfach der neue Hotspot werden in der Zukunft, wo man Leute hinschickt, die man nicht mehr haben will. So wie man in Amerika die alten Leute immer nach Florida schickt, in die ganzen Altenheimen. Wer weiß, wer weiß. Unter Donald Trump könnte da einiges passieren. Das ist Mexiko irgendwie zu so einer Art. So das wird, was für die Engländer irgendwie mal Australien war. Vielleicht eine reine Gefängnisinsel oder sowas. Falls er vorher nicht zu viel Bleiche trinkt. Und dann auch die perfekte Ausrede, warum das mit der Mauer nichts wurde. Aber ja. Also wir kapieren jetzt dann so langsam dieses Implantat von Caleb. Also es hat dann darauf hingedeutet, dass er auch wohl in psychiatrischer Behandlung war. Und ich habe den Vergleich ja schon oft gebracht. An einigen Stellen, man muss es ja nochmal sagen, es hat schon richtigen, also wie William da festgebunden ist und wie ihm das Maul aufgesperrt wird. Clockwerk Orange lässt grüßen, ne? Ja. Ein wenig, ja. Über deutliche Referenz. Allein schon durch den weißen Anzug und, und, und. Ja, dann sehen wir eben, dass William abgeführt wird. Und dann sehen wir auch, was es für ein Ende mit seiner Psychiaterin nimmt. Die verhält sich absolut professionell. Und jetzt dieser Problematik ein Ende. Ja, die hat, die hat wohl endgültig, weil sie hat nicht nur ihre Daten gesehen, sondern eben auch die Reaktion ihrer Angehörigen darauf. Da wird nur kurz eingeblendet, dass ihr Mann irgendwie geschrieben hat, ich habe die Kinder und versuche nicht uns zu kontaktieren. Ne, also bei der bricht gerade die Welt zusammen und ja, was macht sie? Sie wird irgendwie gezeigt, wie sie wirklich wie in Trance über ihren Schreibtisch stolziert auf einen Stapel Bücher und sich erhängt. Und du fandest das unfreiwillig komisch, Christopher? Ja, vielleicht ist es auch gewollt komisch. Ich meine. Äh, meine ich jetzt nicht. Also mich hat es eigentlich ziemlich schockiert, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wie beiläufig das inszeniert wird. Das Erhängen, ja. Aber einfach der Moment, dass sie eigentlich noch mit William gerade eine Therapie führt und dann nach dieser Szene beschissener dran ist als er. So. Ja. Man kann irgendwo die Komik darin sehen oder vielleicht bin ich auch einfach verdammt gestört. Es ist bittere Ironie. Genau. Szenenwechsel nach San Francisco. Genau. San Francisco, wo wir auch natürlich wieder hingeführt werden durch eine Rehobo-Animation, die sich jetzt schon ziemlich verändert hat, ne? Die wird schwarz so nach und nach. Also die spiegelt genau das wieder, was auch auf Seracs wunderschöner Uhr passiert. Na, und wer ist natürlich in San Francisco? Wer wird da lokalisiert? Charlotte Hale. Die jetzt auch so, also die, die holt ihren Zungen, glaube ich, von der Schule ab, soweit ich weiß, ne? Ja, ja. Und um sie herum, ja, bricht so langsam die Anarchie aus, ne? Also man sieht da zerstörte Autos. Im Hintergrund fällt irgendwie sogar jemand von dem Balkon oder so, weil er sich wahrscheinlich umgebracht hat. Ja, und auch ein Typ, der ist richtig badass, der spregt ein Graffiti an die Wand. Genau. Ich meine, vielleicht ist das in der Gegend da, die ist etwas vornehmer und da wird das nicht gerne gesehen, aber ja. Es ist ein Labyrinth, das er da an die Wand spregt hat. Genau, das ist das Labyrinth-Symbol. Gut, gut. Ja, ich hatte ja an der, an der fünften Folge so ein bisschen bemängelt, dass das nicht so, äh, dieses Ausmaß halt gar nicht rüberkommt, aber das baut sich ja auf der anderen Seite auch erst auf, ne? Man muss bedenken, die haben die Daten da gestreut in der fünften Folge, Dolores, in dieser Szene in der U-Bahn und dann treten sie erst raus und sehen dann erst so die ersten Auswirkungen davon. Und hier sehen wir dann deutlich mehr. Ja, also hier ist dann irgendwie eine Durchsage und es heißt dann auch, also es wird dann gezeigt, dass Charlotte eben nach Hause geht und ihr Mann steht dann da von einem Fernseher, der interessanterweise im Hochkant-Format ist. Da dachte ich mir dann auch so, hat sich Queeby hier durchgesetzt als weltweiter Streaming-Dienst? Oder als einziger? Da wird auf jeden Fall klar, dass, naja, weltweit halt wirklich gerade Chaos ausbricht. Also er seppt da jetzt zwar nicht durch tausend Sender, wo man alle möglichen Länder sieht, aber shit hits the fan, sag ich mal, ne? Und es heißt dann irgendwie auch, dass die Behörden empfehlen, Häuser und Fenster und alles Mögliche geschlossen zu halten, sie sich möglichst nicht draußen aufzuhalten. Und ja, in Zeiten von Corona kommt uns das irgendwie alles ein bisschen bekannt vor, ne? Leider, ja. Ja, das macht es nicht besser, ehrlich gesagt. Das macht es eigentlich eher unangenehmer zum Angelegen. Ja, ja. Aber die Serie kommt auch irgendwie zur richtigen Zeit. Ich meine, wenn man sich Rehoboam ansieht, diese Animation, also dieser Kreis, wurde ja auch schon mal gesagt, dass es so gesehen eigentlich eine Sonnenfinsternis auch irgendwie sein, ne? Also eine Eklipse, ne? Äh, naja, es sieht auch ein bisschen aus, also dieser Kranz der Sonne, das nennt sich ja Corona, ne? Ja. Es ist, also es gibt irgendwie keinen Komma. Das ist einfach nur makaber. Schon vor der Premiere dieser Staffel habe ich ja schon gesagt, es gibt aktuell eigentlich kein anderes Stück Popkultur, das näher am Zeitgeist ist als das. Oder dem aktuellen Zeitgeist sogar noch voraus. Das ist sogar aktueller am Zeitgeist als die letzte Black Mirror Staffel. Da hat's jetzt wirklich die Realität eingeholt. Man kann auch dazu sagen, wer mal das Ganze so ein bisschen zeitgeistig eingeordnet haben möchte und auch so ein bisschen hören möchte, ja, warum eigentlich diese Staffel zum bestmöglichsten Zeitpunkt jetzt erschienen ist, kann sich gerne den Podcast Die 29er anhören, wo, das hatte ja Patrick schon letzte Woche erwähnt, wo Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse tatsächlich über die Serie spricht. Und über die erste Folge ist durchaus sehr hörenswert, auch wenn es kein konventionelles Recap ist, wie eben unseres hier. Ja, Charlotte trifft auf ihren Mann, Jacob, Jake, ne? Wieder gespielt von diesem Michael Ely, den ich eigentlich gar nicht schlecht finde in der Rolle, muss ich sagen. Aber so viel werden wir dann auch nicht mehr von ihm haben. Nein, aber der ist wirklich gut. Nur, ich fand's halt amüsant, weil seine Filmografie ist ein Bilderbuch an Trash. Also, er kann verdammt stolz darauf sein, dass er hier zum ersten Mal bei was richtig Gutem untergekommen ist. Also, ist er so gesehen, also, man hätte auch Marlon Warriors in die Rolle stecken können. Das ist ein bisschen heftig. Ja, aber zum Beispiel sagt dir der Name Morris Chestnut, was? Nee, gar nicht. Das klingt schon so trashig. Nein, das ist auch so ein Darsteller, der spielt auch nur in so einem Mist mit wie Michael Ely. Der hatte aber noch nicht das Glück, in so was Gutes unterzukommen. Aber die beiden würde ich auf eine Stufe stellen. Okay. Anyway. How is your sex life? Nein. Ja, jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Denn Charloris Mann sagt, dass er Daten aufbauten hat. Kurze Unterbrechung, ich glaub, wir nennen sie jetzt wirklich Heyloris. Das hat ja Tessa Thompson sogar vorgeschlagen, dass man sie ab sofort so nennen soll. Oh, stimmt, stimmt, gut. Er sagt ihr, dass er die Daten aufgerufen hat, die er bekommen hat, eben sein Insight-Profil. Aber er weigert sich. Er weigert sich, diese Daten anzusehen, denn er sagt, unsere Zukunft haben wir in der Hand und die lassen wir uns nicht von irgendeiner Maschine diktieren. Und das ist ein hochinteressanter Ansatz. Du hast diese bis ins kleinste Detail überwachte, kontrollierte, durchgecheckte Welt von dieser Monstermaschine, die alles weiß und sogar in die Zukunft blicken kann. Und alles, was es braucht, um irgendwie immer noch der Herr seiner selbst zu sein, ist ein kleiner Akt der Ablehnung. Ist einfach nur ein, ich spiele da nicht mit, ich verweigere mich, an dieser Erfindung teilzuhaben und diese Technologie zu nutzen. Und das ist sehr interessant. So in einer digitalen Welt ist manchmal alles, was du tun musst, einfach nur den Ausknopf zu betätigen. Und du hast nach wie vor die volle Kontrolle über dein Leben. Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Utopie, weil das System steuert es ja trotzdem. Also das wurde auch bei dieser Ärztin angedeutet. Das hatte ich in einem YouTube-Video gesehen. Da hieß es, die Ärztin wurde genauso klassifiziert wie Caleb. Also heißt als hoffnungsloser Fall. Und deshalb werden der als Psychiaterin eben auch nur hoffnungslose Fälle, sprich William, zugeteilt. Wow. Ne, also es gibt kein Entkommen von For Rehoboam. Es ist wirklich, aber ich fand es trotzdem interessant, dass da sein freier Wille trotzdem durchkam. Keine Frage. Genau, in dem Fall kann man eigentlich am besten dann Cypher aus der Matrix zitieren. Ja. Unwissenheit ist ein Segen. Ja, genau. Aber er frisst jetzt hier kein Steak. Ja, was noch ein interessantes Detail ist, dass Charlotte, also sie sagt irgendwie, dass sie nochmal zur Arbeit muss und dass Jake auf den Sohn aufpassen soll. Und er sagt dann, also er wundert sich so ein bisschen, weil das Verhalten passt nicht zu ihr. Er merkt nämlich, dass sie ziemlich beunruhigt ist und Angst hat. Und er sagt dann, aber irgendwie passt das nicht zu dir. Du bist, du bist sonst, ne, das ist nicht die Charlotte, die ich kenne. Sie ist, sie ist furchtlos. Und da merkt man auch wieder, so langsam könnte ihm irgendwas dämmern, dass was nicht stimmt. Andererseits entstehen dann aber auch so romantische Momente zwischen beiden. Er nennt sie dann an einer Stelle sogar mal Charlie anstatt Charlotte. Ja. Und das ist ja wirklich so ein Kosename, dem man halt eher jemanden in einer Beziehung gibt. Und die sind ja eigentlich gar nicht mehr liiert, denke ich mal. Richtig, richtig. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Man bedenkt ja an ihr erstes Zusammentreffen in der einen Folge, als da eine kühle Distanz war zwischen den beiden. Und jetzt auf einmal wirkt es so, als ob da eine Art Versöhnung stattgefunden hat. Das fand ich seltsam. Ja, aber ich fand das eigentlich sehr schön. Also wie Charlotte dann auch so sich von ihm umarmen lässt und so. Da merkt man wieder, die identifiziert sich zu stark mit denen. Und da haben wir dann eben auch den Titel Erfolge, Dekohärenz, dass sie abweicht. Dass sie isoliert ist, so gesehen, von Dolores, weil die ist ja irgendwie gar nicht mehr da. Sie ist eigentlich völlig alleine. Und ja, sie hängt sich jetzt eigentlich so psychisch an das, was sie noch hat. Nämlich eben ihre Familie, in Anführungsstrichen. Ohne die dritte Folge hätte das jetzt auch nicht diesen Payoff, diesen Emotionalen. Also, Haloris von dieser Seite zu sehen, das ist schon ziemlich heftig, aber auch interessant. Ja, es ist einfach, es sind sehr schöne Augenblicke zwischen denen. Und ich find's fast ein bisschen schade, dass Michael Eadie nicht noch weiter drin ist. Weil ich finde, die spielen auch schön zusammen. Also, die haben ja noch gar nicht viele Szenen gehabt, aber irgendwie haben die was zusammen. Ich weiß auch nicht. Also, den kaufe ich jetzt ab, dass die mal ein Paar waren und dass da viel Unausgesprochenes zwischen denen ist. Aber dass die jetzt doch irgendwie in so einer Situation, und das kennen wir eben auch vielleicht von Corona, dass man sich in solchen Situationen irgendwie doch zusammenrottet. Kann ich jetzt von meinem Arbeitsplatz nicht behaupten, aber das gehört hier nicht hin. Ja, dann sehen wir eben, dass Charlotte sich zur Arbeit bewegt. Und sie wird aber abgefangen von einem ihrer Mitarbeiter, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Der entfällt mir irgendwie immer. Moment, ich guck mal eben nach, obwohl er eigentlich egal ist, ne? Denn viel werden, Brompton, genau. Viel werden wir allerdings nicht von dem haben. Der weist sie eben darauf hin, dass, also die, die laufen sich über den Weg, ne? Und der sagt dann irgendwie auch, ja, es ist irgendwie alles außer Kontrolle. Man kann ja momentan nicht mal irgendwo einen Kaffee bekommen. Und sie versuchen dann aber, also das heißt, in weniger als einer Stunde, oder es ist halt nur noch eine Frage von Minuten oder Stunden, bis Serac jetzt wirklich die Firma übernommen hat. Und sie wollen halt so schnell wie möglich zurück in die Firma, um das noch irgendwie zu verhindern. Aber dann kommt ihnen Serac zu, ja, zuvor, ne? Es taucht nämlich völlig random, tauchen zwei Typen auf, die den Brompton eiskalt erschießen, bei erlichten Tage. Und dann, hey, Loris, ein Smartphone in die Hand drücken, wo halt natürlich nur Serac dran ist, ne? Und es ist schon ziemlich kalt mal wieder, ne? Vor allem, wie der dann auch sagt, weil sie sagt dann irgendwie, geht's noch? Sie haben gerade am helllichten Tage vor aller Augen einen Vorstandsmitglied töten lassen, ne? Und interessant war auch diese, ich weiß nicht, waren diese beiden Typen als Müllmänner getarnt oder sowas? Kann sein. Nein, auf alle Fälle als Leute, die da eben eigentlich Arbeit verrichten und nicht weiter auffallen. Dann ist es nämlich naheliegend, dass die wahrscheinlich von der Rico-App irgendwie dahin beordert wurden, ne? Ich fand das nur ein nettes visuelles Detail, dass sie erschießen ihn, packen ihn in diesen Kofferraum, bringen ihn weg und im Hintergrund läuft einfach so ein automatischer Rasenmäher weiter. Ja, 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 stimmt. Was wollte das? Ja, das war halt, das war, ja gut, das war halt die Tarnung, ne? Obwohl, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, ich meine, die Rico-App, die muss ja auch von Rehoboam gesteuert sein, ne? Es ist alles von Rehoboam gesteuert. Und es bleibt wirklich, es bleibt nichts dem Zufall überlassen. Und dadurch hat Serac auch jederzeit die Info, wer, wo, wann was macht. Wobei ein Mensch vielleicht das gar nicht alles so überblicken kann. Man muss bedenken, es ist global. Ja, jedenfalls macht er ihr eine offene Drohung und sagt dann auch wirklich, Och ja, in einem allgemeinen Chaos fällt es ja eh nicht auf, wenn irgendwas ist. Ne? Und er sagt dann, ja, ich freue mich schon, wenn ich jetzt in meiner neuen Firma vorbeikomme und würde es dann begrüßen, wenn sie mich da in Empfang nehmen. Und man merkt, sie ist halt wirklich aufgebracht, ne? Und hat dann wirklich so den letzten Strohhalm, an dem sie sich festhält, in dem sie halt in einem, ja, ich nehme jetzt an, autonomen Taxi mal wieder, Dolores per Handy kontaktiert. Und, naja, man merkt dann wirklich, sie fühlt sich allein. Ne? Weil Dolores ist anscheinend, ich nehme an, sie ist auf dem Flug, ne? Den wir am Ende der fünften Folge gesehen haben. Also die Maschine, die sie bestiegen haben. Man muss ja auch sagen, Dolores taucht ja in dieser Folge eigentlich, ja, sie taucht schon auf, aber nicht so richtig, ne? Genau. Ja. Aber ich finde das langsam ein bisschen seltsam. Oder vielleicht gab es dazu schon ein erklärendes Detail, das mir entging. Mhm. Aber diese Charlotte-Hale-Hülle ist doch im Prinzip wirklich nichts weiter als eine Hülle. Mhm. Dass die Dolores-Steuereinheit da drin irgendwie von Emotionen und Persönlichkeitsresten der echten Charlotte-Hale gestört wird und sie im Clinch ist zwischen ihrer Mission und den aufkeimenden Gefühlen für ihren Mann oder Ex-Mann und Sohn. Mhm. Das finde ich nach wie vor ein bisschen unerklärlich, weil es ist doch letzten Endes nichts weiter als eine Hülle. Das ist zwar wahr, es kann aber sein, dass sie zum einen, vielleicht ist sie irgendwie, ja, es ist die Frage, also ein Hybridwesen kann sie ja eigentlich nicht sein. So wie Bernard zum Beispiel. Aber ich denke mal, es geht einfach darum, dass sie immer noch eben Emotionen hat. Und sie sagt ja auch von wegen, hätten wir das nicht verdammt nochmal abstellen können. Aber das Problem ist, hätte Dolores das gemacht, dann hätte sie diese Rolle niemals spielen können. Das ist eben das Los, ne? Weil Colonel ist ja auch dann irgendwann der Charakter durchgeschimmert, der Alte. Genau, genau. Es kann auch sein, dass, ja, ja, das ist halt wieder das Spannende. Diese Dolores-Kopien, die entwickeln Persönlichkeit durch ihren Umgang. Da könnte man auch sogar sagen, Umgang formt den Menschen vielleicht sogar, ne? Weil man merkt, Charlotte hat richtig Angst und sie sagt dann auch wirklich, ich habe Angst. Also sie sagt es nicht jetzt so wortwörtlich, aber sie sagt dann wirklich, ich habe Angst um meine Familie, ne? Um meinen Mann, um meinen Sohn. Und dann muss Dolores wirklich sagen, das ist nicht deine Familie. Ich bin deine Familie. Und was Dolores ihr dann einflößt, das ist ja völlig schon wie so eine Liebeserklärung, ne? Ja, es ist vor allen Dingen, wie sie darauf reagiert, ha, diese lästigen Emotionen, warum sind die immer noch da? Ja. So wie eine Erkältung, die man irgendwie nicht kuriert gekriegt bekommt. Genau, genau. Interessanter Gedanke. Also man merkt, dass das Hale irgendwie auch echt fertig ist. Also man hat auch wieder gesehen in der Szene mit Michael Ely sieht man auch ganz kurz, wie sie sich wieder mit dem Daumen irgendwie an der Pulsader entlangfährt oder so, ne? Und sie trägt auch irgendwie so einen Armreif jetzt wahrscheinlich sogar, um ihre Narben zu verstecken, denke ich mal, ne? Ja, ja. Ja, also interessante Szene. Vor allem sagt dann Dolores, also Dolores hat halt überhaupt kein Verständnis dafür und will Charlotte dann nochmal zu Delos beordern, denn die soll, ja, retten, was zu retten ist, bevor Serac kommt und alles zerstört, ne? Also sie soll die Daten derjenigen Hosts, die noch irgendwie übrig sind, soll sie so schnell wie möglich wegschaffen in einem Backup. Und ja, man merkt, dass das Hale-Lores sich dann wirklich weigert und dann auch wirklich sagt, ich spüre das, dass ich mich immer weiter von dir entferne, dass ich gar nicht mehr zu dir gehöre und ich fühle immer mehr, dass ich zu meiner Familie gehöre, ne? Also dieser Clinch und ich sag's euch, das hätte überhaupt nicht funktioniert ohne diese fantastische dritte Folge, ne? Die hat das einfach so wunderbar geerdet und dieses Fundament, was sie da gesät haben, das ernten sie jetzt, was ihren Charakter angeht. Wobei ich sagen muss, da hätte noch ein bisschen mehr Spielraum sein können. Vielleicht merkt man da auch ein bisschen die Verkürzung der Staffel, ne? Ja, dann switchen wir über zu jemandem, dem's auch nicht gerade so toll geht. Wer von euch möchte das machen? Wir sind wieder bei einem festgezurrten White Man. Nein, er wird festgezurrt an diesem Stuhl, er kriegt auf einmal wieder diese Brille aufgesetzt und auf einmal kommt ein kleiner Junge in den Raum und befreit ihn anscheinend. Genau, und der kleine Junge ist, wie wir dann uns später erst so erschließen können, der junge William. Und, also, William als Kind tatsächlich. Richtig. Ja, wir brauchen nur noch William als Teenager, dann haben wir alle Altersphasen abgedeckt. Genau, und dieser Arzt sagt ihm dann, also, der sagt ihm dann wirklich, dass, dass, also, er setzt ihm mal diese, diese AR-Brille auf, ne? Und sagt dann, ihm kann eigentlich nichts passieren und wir nehmen das alles auf vom Nebenraum aus. Und dann kommt eben dieser Junge rein spaziert und befreit William. Und ich muss sagen, ich meine, Clockwork Orange ist ja hier schon die Referenz. Und wie dieser Junge, ich meine, das wird gar nicht mal so überinszeniert, dass der ja eigentlich nur eine Halluzination ist oder auf jeden Fall irgendwie eine Simulation. Wie er einfach so in die Szene reinläuft, das hat mich schon an Shining irgendwie erinnert. So, so wie, wie diese Zwillinge in Shining einfach in der Szene plötzlich drin sind. Ne? Als wäre es das Normalste von der Welt. Vor allem, es ist eine verdammte Irrenanstalt. Ja, das ist ja ein sehr beliebtes Stilmittel, gerade auch in Horrorfilmen. So, die plötzliche Erscheinung von irgendwas. Das macht es unheimlich, das generiert Schrecken, wenn du tatsächlich siehst, wie etwas auftaucht. Ja, aber es wird hier halt so unmittelbar inszeniert. Also, es wird nicht irgendwie, wie in einem Horrorfilm, also in einem Horrorfilm wäre das zum Beispiel jetzt so aufgebaut worden, weiß ich nicht. William hört da irgendwie den Türmechanismus und dann geht die ganz langsam auf und dann wird noch nicht richtig gezeigt, wer das ist. Und dann sieht man den. Der kommt einfach so in die Szene reingelaufen, als wäre der ein realer Mensch. Und ja gut, das soll ja William natürlich auch irgendwie täuschen. In einem Horrorfilm hätten sie es jetzt aber so gemacht, dass er dann kurz hinguckt, da ist nix und dann kommt das Kind wie so ein Jumpscare und so. Ja, das wäre total überinszeniert worden. Und das ist hier eben nicht der Fall. Das hat Jennifer Jetsinger schön dezent eigentlich inszeniert, finde ich. Ja, und dieser Junge führt ihn dann eben auch, ja, in eine Erinnerung, die diese Therapie simuliert. Und zwar wirklich eine Erinnerung, die verdammt weit zurückliegt und mit eben diesem jungen William zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat es dann auch wieder wirklich an Christmas Carol erinnert. Ja. Also eine Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen so Charles Dickens mäßig, weil, ja, weiß ich nicht, der hat sich doch auch als Kind gesehen, wie er dann da irgendwie eifrig am Lernen ist, ne? Also hier Ebenezer Scrooge. Und Ed Harris könnte man sich durchaus so vorstellen. Oh mein Gott. Der ist vielleicht eigentlich sogar so eine ähnliche Figur, ne, wenn du so drüber nachdenkst. Ich sehe schon ein neues Remake davon mit Ed Harris. Auf warum nicht? Ja, wird perfekt packen. Lasst ihn Onkel Dagobert synchronisieren, auch das wird passen. Ja, ach, wer hat die Rolle nicht schon alles gespielt? Michael Caine, Bill Murray, Jim Carrey in animierter Form. Ja, Ed Harris könnte es auch gut machen. Das gibt es in dutzenden Versionen. Brauchen wir da jetzt noch eine? Nee. Egal. Aber die wird kommen. Egal. Das ist eines der meistverfilmten, ich glaube, das ist die meistverfilmte literarische Geschichte überhaupt. Aber egal jetzt. Ja, wir sind im Kinderzimmer vom jungen William. Da sind auch schöne Details. Man sieht zum Beispiel, da ist irgendwie ein Westernposter an der Wand. Und was sehr merkwürdig ist, und das habe ich aus dem YouTube-Analyse-Video zugegebenermaßen, er liest da ein Buch oder eine Geschichte, die es gar nicht gibt. Ich habe dennoch auch gut, das heißt The Bowen and the Lady of Solon. Genau. Das scheint also was völlig Fiktives zu sein. Und das deutet darauf hin, ja, dass mit dieser Erinnerung irgendwas nicht stimmen könnte. Dass die vielleicht sogar falsch ist. Und das, ja, könnte dann, wenn ihr euch so erinnert an die Tests in Staffel 2, was wird hier eigentlich getestet? Die Genauigkeit, ne? Aber gut. Ja, William erträgt diese Rückblende auch gar nicht. Und es wird auch angedeutet, dass er eben auch nicht aus allzu tollen Verhältnissen stammt. Also man hört seine Eltern irgendwie streiten. Und man merkt, dass er schon irgendwie auch immer für Realitätsflucht empfänglich war, ne? Weil nichts weiter ist das hier ja eigentlich, dass die Eltern da streiten und er flüchtet sich in irgendwelche Geschichten, wo er der Held sein kann, so gesehen, ne? Wobei, zumindest was Williams Kinderzimmer betrifft und auch den kleinen Rest des Hauses, den wir da sehen, es wirkt eigentlich wie normale Mittelschicht. Also du hast nicht den Eindruck, er hat vielleicht ein kaputtes Elternhaus, aber du hast nicht den Eindruck, dass er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Nein, nein, das nicht, auf keinen Fall. Nein, nein, das nicht. Aber fand ich ganz schöne Details halt mit dem Poster an der Wand und so, ne? Also ich hab in keiner Folge so oft pausiert wie in dieser, um mir die Details immer wieder mal anzusehen. Ja, das ist ja grundsätzlich das Produktionsdesign, das ist das allererste Sahne von Howard Cummings. Oh ja. Ja, dann merken die Ärzte auch, dass William die Rückblende da extrem aufbringt und versuchen ihn dann zu sedieren und einem Pfleger beißt er dann wohl mutmaßlich den Finger sogar ab, ne? Also die kriegen ihn ganz schwer wieder unter Kontrolle, weil ihn das richtig aufgewühlt hat wohl, was er da gesehen hat. Wir kehren natürlich dann später nochmal zu William zurück, jetzt aber erstmal wieder zu Hey Loras, die am Delos Hauptquartier steht und ja, Serac in Empfang nimmt. Und was ich ein sehr interessantes Detail fand, als da dieser Hovercraft oder was auch immer das ist, in dem Serac da ankommt und Charlotte da steht, da fasst sie sich irgendwie an die Brust die ganze Zeit. Ist euch das aufgefallen? Ja, ja. Ich weiß, es ist die Frage, ist es jetzt natürliche Nervosität oder wieder nur das Unwohlfühlen in dem Hostkörper? Ja, ich glaube, ich glaube, es könnte fast was Menschliches sein, dass sie da spürt und zwar Nervosität, dass sie vielleicht auch irgendwie anfängt zu schwitzen vielleicht oder aber, dass sie eine Gänsehaut bekommt. Alles auf einmal. Das könnte ich mir vorstellen. Schüttelfrost, alles auf einmal. Panikreaktion. Weil das ist dann schon extrem menschlich, ne? Man muss immer bedenken, sie ist kein Mensch, ne? Genau, das ist aber eigentlich nur eine relativ kurze Szene, aber die ist trotzdem wichtig, weil Serac sagt dann, also Hey Loras will halt erst so gute Miene zum bösen Spiel machen. Sagen, ja, ich führe sie ein bisschen rum in ihrer neuen Firma. Und er sagt dann aber, nee, ich will auf der Stelle sämtliche meiner neuen Mitarbeiter sehen und die ganze Anlage hier wird abgeschlossen. Wird dicht gemacht. Keiner kommt rein oder raus. Und ja, da merkt man, dass sie auch so ein bisschen auffühlt, ne? Also, damit hat sie nämlich gar nicht gerechnet. Ja. Stelle mir vor, dass die Fox-Übernahme von Disney exakt so stattgefunden hat. Ja, und Hey Loras ist so ein Metakommentar auf die Chefin von Fox 2000, obwohl die wurde ja nicht mal da in Empfang genommen. Die bekamen einfach nur am Tag eins nach der Übernahme eine Mail, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen braucht, ne? Aber gut, das führt jetzt zu weit. Die liebe Maus. Die liebe Maus, genau. Wir wechseln von der Corporate World zurück in die War World, wo Maeve dann endlich fertig ist mit ihrem kleinen Sparring. Ja, und dann wieder auf Lee Sizemore trifft, der auch in der Simulation natürlich zu Hause ist und ja, dann sie irgendwie in eine Bar führt, die tatsächlich auch aus den 40er Jahren ist. Äh, ich frag mich echt, wo sie das gedreht haben, wobei wahrscheinlich auch irgendwo in Spanien, denk ich mal, ne? Da gibt's viele alte Bars, ja. Wirkt da auf jeden Fall sehr authentisch, ne? Und sie stoßen halt irgendwie an und dann sagt er irgendwie auch von wegen so, weil sie sagt dann irgendwie so, ja, irgendwie passt du ja nicht hier rein. Ja, hat er gesagt von wegen so, ja, aber was soll ich denn noch irgendwie auf meiner Arbeit, wo ich jetzt festgestellt hab, dass ich eigentlich gar nicht wirklich existiere? Totschlagargument. Das war es, ja, es war irgendwie schön, dass, obwohl es schon ein bisschen seltsam ist, dass sie die Figur irgendwie immer noch so indirekt am Laufen halten, ne? Von Simon Quarterman. Also, es ist zwar ganz cool, dass er dann irgendwie noch so Auftritte hat. Würden sie ihn in jeder Folge dabei haben, würde ich mir denken, ja, er wird eigentlich nur mitgeschliffen. Aber diese sporadischen Auftritte hier und da, das ist vollkommen okay. Der ist ja, ich muss sagen, ich mag den Charakter irgendwie auch inzwischen ganz gerne eigentlich. Ich mag ihn seit seiner Entwicklung in Staffel 2 total. Ja, ja. Er ist das Paradebeispiel für mich ja geworden. Ich nannte es an irgendeiner Stelle auch mal den Lee-Sizmo-Effekt. Wenn man es wirklich schafft, einen Charakter vom Ober-Unsympathen ins absolute Gegenteil umzudrehen. Ja, was sie auch mit Haylores geschafft haben, so gesehen, ne? Dann bemerkt Maeve ein seltsames Detail und die Simulation, die flimmert auch dann kurz. Sie merkt nämlich, dass sie bewegt wird. Also, ihre Kontrolleinheit. Dass sie irgendwie verlegt wird, dass sie woanders angeschlossen wird. Und da wird dann auch angedeutet, dass, ja, ihr Körper wohl neu gerendert wird. Das sagt sie dann ja wohl auch zu Lee-Sizmoor, ne? Oder der wundert sich, warum sie überhaupt noch mal da ist, ne? Und sie sagt dann ja auch, sie hatte das nicht geplant, aber sie muss jetzt halt warten, bis ihr neuer Verbündeter ihren Körper wieder hergestellt hat, der ja zerstört wurde in Folge 4. Ja, dann haben wir wieder einen Sprung zu ... Ich glaub, ich schneid das irgendwie echt ineinander, Leute. Das ist echt so sprunghaft einfach. Ach, find ich nicht. Ich find's okay. Echt? Ja, weil das sind nur so kurze Sequenzen. Ja, aber dann ist das halt so. Ja, dieses Nach-und-Nach-Abarbeiten find ich irgendwie kacke, ich weiß nicht. Das nimmt auch das Tempo raus. Auf jeden Fall sehen wir dann den Delos-Vorstand. Ja, wir sehen vor allen Dingen auf eine sehr simple, aber doch effektive visuelle Art und Weise, wie die Übernahme vonstatten geht. Was auf allen Bildschirmen das Delos-Logo aus- und das Inside-Logo eingeschaltet wird. Stimmt, das ist mir gar nicht so eingefallen. Ja, doch, stimmt. Ja, ja, das ... Oh ja, sehr geiles Detail. Und Seracs Weltuntergangsuhr wird auf einmal wieder weiß. Genau, weil er jetzt dann irgendwie auf jeden Fall was verhindert hat, wobei die ganze Anarchie eigentlich nach wie vor im Gange ist. Aber da kümmern sich dann wahrscheinlich die Behörden drum. Er ist ja ... Ich mein, der hat ja ganz andere Sorgen. Ja, und es heißt von seiner Seite, ja, er will den Maulwurf finden. Jeder Mitarbeiter wird überprüft. Und, ne, auf was auch immer, alles, was im Widerspruch zu Rehoboams Vorhersagen über die jeweilige Person steht, wird auseinandergenommen. Und dann gibt er vor allem auch die Anordnung, ja, sämtliches geistiges Eigentum zu zerstören, mehr oder weniger, ne? Was ja einen enormen Wert darstellt. Natürlich. Und das bedeutet für ihn gar nichts. Ja. Ihm ist das völlig egal. Er will nur den Datenschlüssel. Da seh ich auch ne kleine Parallele zu, wie Disney mit bestimmten Fox-Filmen zuletzt umgegangen ist. Wollen wir das nicht weiter thematisieren? Nee, nee, nee. Disney und Delos, oh mein Gott, das schreib ich, glaub ich, in die Beschreibung, in die Videobeschreibung. Äh, ja, und Heloris macht dann weiterhin gute Miene zum bösen Spiel, geht dann aber irgendwie runter in so ne Facility und will ein heimliches Backup machen, eben, äh, von dem, was noch übrig ist, ne? Weil Serac gibt dann wirklich die Anweisung, und das sehen wir dann später auch, im Park selber werden auch alle Hosts verbrannt. Ne, also im Kühllager vor allem. Ähm, die werden komplett in Brand gesteckt und sie verschafft sich dann aber Zugang, schon vorher verschafft sie sich Zugang zum Terminal und will dann einen Backup erstellen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wo kopiert sie das drauf? Oder schickt sie das irgendwie an den Satelliten? Irgendwie wird sie es an, an Dolores verschicken. Sie hat ihr ja ihre Instruktion gegeben, äh, gegeben, bestimmt an irgendeine Cloud außerhalb, aber wir sehen das noch nicht, wohin das führt. Ja, es ist ein bisschen seltsam, auf jeden Fall wird sie von jemandem überrascht. Also wir sehen, dass sie da irgendwie verschiedene Hostdaten kopiert, unter anderem vielleicht sogar Hector, ne? Oder vielleicht sogar Clementine, etc., ne? Und vor allem stellt sie dann aber fest, oder ist das, ist das schon hier? Ne, ne, hier ist das noch nicht. Genau, sie wird von jemandem erwischt, von einem Mitarbeiter und sagt dann irgendwie, ja, ich will ein Backup erstellen. Wir können doch nicht irgendwie Jahrzehnte unserer Arbeit jetzt das Klo runterspülen. Und der will sie dann verpetzen und, äh, ja, sie macht kurzen Prozess mit dem, ne? Das war nicht so, da ist dieser, dieser große, stark wirkende Mann im Anzug, der vorher steht und der sagt das, nein, das sage ich jetzt Serac. Das hat er so ein bisschen was, ich gehe das jetzt dem Lehrer erzählen. Ja, ja, ja. War ein bisschen komisch. Das fand ich auch ein bisschen, bisschen komisch. Aber wie, wie völlig eiskalt sie dem dann das Genick bricht, es war dann auch wieder sehr, ja, typisch für die, ne? Genau, wir sehen ja später noch, was es damit auf sich hat. Wir springen dann aber nochmal zurück zu William in der Psychiatrie, der auf seiner Pritsche liegt und überrascht wird von einem alten Bekannten, den wir gar nicht mehr gesehen haben und der auch eigentlich tot ist, soweit ich weiß. Nämlich der Anführer dieser Confiderados aus der zweiten Staffel, gespielt von Jonathan Tucker, der auch mal irgendwie, ich glaube in der zweiten oder dritten Staffel Person of Interest hatte, der auch mal eine Rolle. Und ich fand es, ich fand es sehr cool, dass William ihn sich hier sozusagen als Krankenpfleger einbildet, weil in der Serie Hannibal hat er auch eingespielt. Und der Kerl hat irgendwie immer was sehr Verschlagenes, finde ich. Ja, er kommt halt sehr kurz, aber die paar Sekunden, die er hat, reichen schon, um seine Präsenz wieder zu zeigen. Genau, und das Ganze leitet dann auf wirklich eine schöne Szene an, die wirklich eigentlich so das Highlight der Folge ist, ne? Denn wir haben nicht nur diesen ersten Cameo, also dieser erste Cameo, der wirkt halt wie so ein Teaser, ne? Von wegen, komm jetzt mal rein. Und ja, wir erleben, und das deutet natürlich auch darauf hin, dass es Argumented Reality wahrscheinlich ist, ne? Argumented Reality. Wir erleben eine Gruppensitzung von William mit sich selbst. Ich sprach vorhin über unfreiwillige Comedy, das hier ist absolute gewollte Comedy. Ja! Eine Szene für die Götter. Genau, eine Szene für die Götter, denn wir haben hier Auftritte, die heiß ersehnt waren und wir haben tatsächlich einen Fanwunsch erfüllt bekommen. Jimmy Simpson ist wieder dabei. Und nicht nur Jimmy Simpson ist wieder dabei, sondern auch Peter Marlon als James Delos. Wir haben hier nämlich folgende Figuren sitzen. Wir haben den jungen William, wie gesagt Jimmy Simpson. Dann haben wir, naja, den Man in Black aus dem Park, also wieder Ed Harris. Dann haben wir Ed Harris im Anzug, der wahrscheinlich so seinen Philanthropen repräsentieren soll, eben die Fassade, die er nach außen gezeigt hat, all die Jahre. Und dann haben wir zu guter Letzt auch noch das Kind und James Delos. Und James Delos ist der absolut zynische, ich kann dich sowas von nicht leiden, William-Therapieführer. Oder derjenige, der das Ganze hier anleiten soll, William in einen Dialog mit sich selbst zu treten. Was lustig ist, wie sich dann die diversen Williams auch an die Gurgel gehen und sich ihre Fehler vorwerfen. Weil das ist ja alles ein und dieselbe Person. Ja, es ist herrlich. Also diese Szene ist... Du erkennst aber auch diese unterschiedlichen Facetten, dieser Business-William, der irgendwie das komplette Gegenteil ist vom Black Man. Ja, 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 da siehst du völlig die Gespaltenheit seiner Persönlichkeit. Und dem jungen William wird dann ja auch vorgeworfen, ja, du hast dich in Hosts verliebt. Ja, sie war doch darauf programmiert. Jeder, der ihre verfickte Dose aufgehoben hat, musste sich in sie verlieben. Das ist wirklich schön, wie die alle so... Und zwar wirklich, das wirkt komplett kohärent, wie die alle verschiedene Splitter seiner Persönlichkeit repräsentieren. Ich würde nicht unbedingt sagen Splitter, sondern vielleicht sogar eher Lebensabschnitte von ihm abdecken. Das auch, ja. Wobei jetzt dann die Frage ist, was James Delos da verloren hat. beziehungsweise unter dem Gesichtspunkt hätte dann vielleicht auch noch Katja Herbers, also Emily, theoretisch da auftauchen müssen, ne? Vielleicht sogar auch Logan. Da hab ich noch ne Theorie, die rückt den armen Logan aber noch mehr in Mitleidenschaft. Er hatte mit seinem Vater etwas Stress und hat dann vielleicht in Delos eher ne Vaterfigur auch in seinem späteren Alter gesehen als in seinem wirklichen Vater. Also hat er Logan auch noch die Vaterfigur genommen, was sein Ableben noch tragischer macht. Ich würde es eher so interpretieren, dass James Delos so das repräsentiert, was er sein wollte. Weil er wollte ja James Delos letzten Endes ersetzen. Also auch als CEO von Delos, ne? Das ist vielleicht auch so seine Wunschvorstellung. Ich hatte erst am Anfang überlegt, dass er vielleicht auch natürlich seine Schuldgefühle repräsentiert. Aber sie reden ja auf der anderen Seite, der Kerl, der redet ja eigentlich die ganze Zeit nur darüber, ja, von wegen, ja, ich hab meine verfickte Firma besser geleitet als du. Und wenn es die Schuldgefühle wären, dann müsste da auch Emily bei sein, ne? Ja, wenn wir uns dann auch die Flashbacks ansehen des jungen William, wo wir erfahren, dass sein Vater offensichtlich ein Trinker war und nicht allzu viel darstellte gesellschaftlich. Kann man sagen, er wollte James Delos einerseits als Firmenchef ablösen, aber auch als Patriarch dieser ganzen Familie. Er wollte sich quasi eben diese neue, große, erfolgreiche Familie schaffen, die ihm in seiner eigenen Familie verwehrt blieb. Richtig, richtig. Das muss man aber auch sagen, am Anfang sind wir ja immer davon ausgegangen, hier, ja, den sehen wir wohl nicht mehr wieder und den sehen wir wohl nicht mehr wieder. Aber jetzt nach der Szene sind alle Karten neu gemischt. Das würde ich einen erneuten Cameo von, äh, Logan auch nicht ausschließen. Wer weiß, der hat ja am Ende von Staffel 2 schon irgendwie seinen völlig, völlig unerwarteten Cameo. Oh, ja. Wobei, also böse Zungen könnten diese Szene jetzt hier als Fanservice bezeichnen. Ach, die ist klasse, die Szene. Die ist klasse. Die ist nicht Fanservice. Nein. Die glaubt eben einen tieferen Einblick in diesen Charakter. Und die macht einfach Spaß. Richtig. Die zeigt auch, wie entzweigerissen der ist, wobei, wobei ich, ich würde sagen, also die Szene dient eigentlich dazu, dass William, und deshalb hatte ich halt auch Splitter gesagt, die dient so eigentlich, dass er sich wieder selber zusammensetzt. Ne? Ja. So gewissermaßen, was wir dann ja später noch sehen werden. Wir haben aber zwischendurch noch einen ganz kurzen Einschub, wo wir dann plötzlich auch den Park sehen. Ja. Beziehungsweise die Delos Facility, also die Mesa, sehen wir von oben. Das könnte sogar eine Einstellung aus der zweiten Staffel sein. Irgendwo muss man Kosten sparen. Genau. Jedenfalls sehen wir das Kühllager. Und dass sie da irgendwie, ich nehme mal dann auch im Auftrag von Serac, dass sie da irgendwie aus Hector Daten rausholen und übermitteln. Ne? Also aus dem stillgelegten Hector Host, der da im Kühllager steht und dumm in der Gegend rumstarrt. Und ich hatte allerdings erst den Eindruck, und da hatte ich, ich muss sagen, ich habe bei der Folge beim ersten Mal echt zu kompliziert gedacht. Ich habe sie zweimal gesehen. Und erst habe ich gedacht, dass das in verschiedenen Zeitebenen ist und dass wir hier durch den Schnitt getäuscht werden. Also sprich, dass hier dann jetzt erst War World aufgebaut wird. Ne? Und das ist aber Quatsch. Das spielt tatsächlich alles wohl mehr oder weniger parallel. Ne? Wobei das ein etwas seltsamer, kurzer Einschub war. Aber wir sehen dann auch direkt die Auswirkung davon, nämlich, dass Maeve, ja, in War World dann plötzlich wieder auf Hector trifft. Wobei das halt dann auch komisch ist, sie müssten doch schon seine Daten haben für die Simulation. Der war doch schon immer da drin, oder nicht? Doch, doch. Ne? Sie hatten den doch von Anfang an mit ihr da reingesteckt, um eben Infos aus ihr herauszubekommen, ne? Das fand ich ein bisschen komisch. Ihr nicht? Ja, ich konnte mir da zuerst auch keinen Reim drauf machen. Weil, wie du schon gesagt hast, sie haben ihn ja. Und kurz danach sehen wir ja auch die Szene in War World mit ihr und Lee Sizemore und Hector in dieser Bar. Ist die einzige mögliche Erklärung vielleicht doch wieder eine Timeline-Änderung oder eine Verschiebung der Timeline? Ja, ich glaube nicht tatsächlich, weil Maeve kann ja dann, also Hector beziehungsweise Ettore erkennt sie immer noch nicht. Und Maeve hat dann aber festgestellt, dass, also sie hat ja auch den Blick nach außen. Sie kann die Facility sehen, in der sie da steckt und in der auch ihr Host gerendert wird. Dadurch hat sie dann auch gemerkt, dass sie irgendwie durch die Gegend getragen wird. Und, naja, sie lassen sich dann ja aus dem Park die Daten übermitteln von Hector. Also die echten Daten. Man muss bedenken, dieser Ettore hier ist nur eine digitale Kopie. Na? Das ist jemand, der nicht das Wissen um Maeve hat. Der ja noch denkt, sie ist Isabella. Genau. Und sie kann dann aber tatsächlich den echten Hector auf diesen Ettore übertragen. Und der erkennt sie dann plötzlich und erkennt sogar Lee Sizemore und fragt sich, warum der noch lebt. Was sehr, sehr cool war. Und sie haben dann aber noch festgestellt, und das haben wir in der Szene davor schon gesehen, denn es werden anscheinend neue Hosts gerendert. Und das sieht dann auch Charlotte in der darauffolgenden Szene. Und da muss ich sagen, da habe ich irgendwie beim ersten Mal, da war ich wirklich total verwirrt. Bis ich dann darauf geachtet habe, was da für eine Kontrolleinheit eingeblendet wird, beziehungsweise was sie da für eine anschließen. Nämlich eine, die nahezu komplett verbrannt ist. Oder auf jeden Fall, ja, schwer beschädigt ist. Und das kann eigentlich nur eine sein, nämlich die von Connells, ne? Von der Explosion. Ah, ja, ja, ja. Ja, kommt hin. Ja, und deshalb landet dann nämlich auch eine Dolores Kopie in Warworld. Ich habe das nämlich vorher nicht verstanden, sage ich ganz ehrlich. Ich habe sogar zwischendurch gedacht, dass es Hector wäre, weil der ja auch mal gebrannt hat in der ersten Staffel. Ah, ja, ja. Es kann ja sein, dass sein Rauchmelder schon immer so ausgesehen hat. Jetzt Rauchmelder und dann noch verkohlt, ja gut. Das ist aber ein weiter Rückschluss. Das kann man da nicht von allen Zuschauern verlangen, dass sie sich daran erinnern könnten. Nee, ich hatte halt auch erst gedacht, dass das Ganze, wie gesagt, das spielt nicht parallel. Und dass da vier Hosts gerendert werden, um jetzt halt irgendwie dann Maeve zu unterstützen dann wahrscheinlich. Ich dachte wirklich erst, dass das in der Vergangenheit spielt und dass das eben Dolores zeigt, die überwacht, wie weit ihre Kopien sind. Da habe ich mich total täuschen lassen. Oder ich glaube, ich denke zu kompliziert, habe ich das Gefühl. Wir hatten halt einen absoluten Timeline-Fuck in der zweiten Staffel. Richtig. Und das ist in der Nolan-DNS, dass er immer wieder diese Zeitspielereien hat. Und die sind ja auch drin. Die sind auch drin. Natürlich. Mit William. Aber wir denken halt, weil wir die Nolan-DNS so inhaliert haben, deutlich komplexer als es jetzt vielleicht ist. Wir haben ja tatsächlich das Zugeständnis gehört, dass die Staffel 3 aufgrund der Kritikpunkte dann doch etwas leichter zu konsumieren sein wird. Das kann aber auch nur ein Köder sein. Und dann im Finale wird alles auf den Kopf gestellt. Das kann auch gut sein, ja. Und Nolan und Lisa Joy lachen sich ins Fäustchen. Aber ich habe nicht den ... Also man muss sagen, mir gefällt die neue Erzählweise wirklich besser. Also ich mochte das zwar, dass Bernards Gedächtnis irgendwie durcheinandergewirbelt war, aber es war halt dann ... Also es hat ja am Ende auch eine Relevanz, aber die Geschichte, die erzählt war, für die war es dann irgendwie doch zu umständlich. Aber gut. Wir sehen auf jeden Fall, dass ... Hey, Loris bemerkt das auch, dass sie die Connells-Kopie haben. Und das ist halt ein großes Problem. Weil das ist eben ... Naja, das ist Dolores. Und sie dürfen auf keinen Fall eine Dolores-Kopie in die Finger kriegen. Und sie ... Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ruft ... Ruft sie Dolores an oder ruft sie ihren Mann an? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, sie ruft ihren Mann an, aber ... Ja, 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 doch, natürlich. Klar, sie ruft ihren Mann an, weil das nämlich wichtig ist. Das verrät sie dann nämlich genau. Auf jeden Fall haben wir da eine Szene, und auf die konnte ich mir beim ersten Mal wirklich überhaupt keinen reinmachen. Aber es ergibt dann halt Sinn, dass dieser Connells-Host, der eigentlich eine Dolores-Kopie ist, wenn man mir jetzt noch folgen kann, der landet in Warworld. Und sitzt dann da auf dem Stuhl und sorgt dafür, dass, ja, Evan Rachel Wood da wirklich sitzt, wie Dr. Forzi schuf, ne? Wobei es halt sehr ästhetisch eigentlich in Szene gesetzt ist, wie man das halt kennt von der Serie, ne? Also, da wird jetzt die Nacktheit nicht irgendwie total ausgebeutet. Man merkt dann, dass Ettore und auch Sizemore in der Simulation, dass sie Angst vor Dolores haben, ne? Und dann sagt aber Maeve, ja, hier, das ist nur die Kopie, und hier in der Welt hab ich die Kontrolle, ne? Sagt sie dann zu denen. Und ja, die konfrontiert sie dann, beziehungsweise weckt die auf. Also, sie hat dann auch wirklich die Kontrolle über die. Und die treffen aufeinander und reden dann auch ein bisschen. Aber da kommen wir dann gleich zu. Denn wir machen nochmal den Sprung in diese wirklich amüsante Ruppentherapie, die wirklich so ein bisschen ist. Oh Gott, ey, was die sich da an den Kopf werfen, das ist ja herrlich. Vor allem James Delos mittendrin als totaler Zyniker, der dann irgendwie auch sagt, weiß ich nicht, William fängt dann irgendwie auch an, sich zu entschuldigen. Ja, ich hatte eine schwere Kindheit und ich musste ja so werden, ne? Und dann sagt dann irgendwie James Delos, ach komm, die alte Scheiße, die alte Leier, ist das nicht ein bisschen sehr offensichtlich? Ja, vor allen Dingen, er sagt das zu dem kindlichen William. Ja, genau, genau. Mit genauso wenig Verständnis, als ob er gerade mit dem Erwachsenen reden würde. Ja, weil es halt alles eine Person ist. Ja, macht das so gesehen keinen Unterschied. Also, oh Gott, es ist total geil, Peter Mullen hier wieder drin zu haben. Ich fand den nämlich schon echt, ich war sehr enttäuscht, dass der für die zweite Staffel nicht irgendwie, also für die vierte Folge hätte der eigentlich eine Emmy-Nominierung bekommen müssen. Ach, verdammt, ja. Also, wie der das gespielt hat, diesen Host, das war großartig. Und dann kommt was Interessantes, weil da wird auch wieder ein Klischee auf den Kopf gestellt. Der kindliche William hat genug und geht zurück in sein Zimmer, so gesehen aus dieser Therapie, ist er wieder in seinem Zimmer, öffnet diese Tür. Ja. Und der eigentliche Patienten-William kann sich ansehen, wie William als Kind mit seinem Vater interagiert. Richtig. Und du hast da in einer anderen Serie, in einer schwächer erzählten Story, hättest du dann eben einen Moment, wo du einen gewalttätigen Vater miterlebst und einen Jungen, der eigentlich unschuldig ist und darunter leidet. Hier hast du direkt wieder die Spiegelung. Genau. Hast du einen Vater, der mit ihm spricht und ihn ermahnt wegen dem, was in der Schule passiert ist. Er hatte einem Jungen verprügelt, ihm die Zähne ausgehauen. Mhm. Und... Und dem Arm fast gebrochen. Mhm. Genau. Und der junge William sagt, ja, aber er hat gesagt, du wärst ein Alkoholiker und er hat gesagt, du bist ein Loser und das konnte ich doch nicht einfach so auf mir und dir sitzen lassen. Genau. Und der Vater reagiert absolut fürsorglich und verständnisvoll und es ist der junge William, von dem einfach nur die Gewalt ausgeht, ohne dass du den Eindruck hast, in diesem Haushalt findet Gewalt statt. Genau. Und diese Gewalt wird er später auch in Westworld wieder ausleben, als er sein altes, düsteres Ich da wiederfindet. Ja, es ist halt die... Ja, er hat's wiedergefunden, so gesehen eigentlich, ne? Weil er ist ja... Als junger William ist er ja eigentlich ziemlich ehrbar, ne? Als er da zum ersten Mal in den Park kommt. Ja, es hat eben die schlechte Seite in ihm hervorgebracht. Aber der scheint eben auch schon ein schwieriges Kind gewesen zu sein. Also der Vater, der wirkt da dann richtig hilflos und sagt, was zur Hölle ist los mit dir, ne? Das, ähm... Da hat man auch echt schon ein bisschen... Also das wäre zu einfach gewesen, einfach zu sagen, ja, der hatte einfach einen saufenden Vater und musste ja so werden, ne? Aber dutzend andere Serien hätten das genauso gemacht. Ach, richtig, richtig. Und das spricht auch wieder für die tolle Schreibe hier einfach, ne? Ja, und dann hat William, äh, wie kann man das nennen? Äh, ich glaube, er zieht dann daraus den richtigen Schluss irgendwie. Er hat auf jeden Fall einen gewissen Epiphanie-Moment. Ja, der dann auch sehr schön düster beendet wird durch das Man in Black Theme, das genau zum richtigen Zeitpunkt hier anschlägt. Ja, das wird auch so toll gemischt irgendwie. Das ist, das hat Javadi ganz großartig variiert hier. Das kommt zwar immer wieder durch, aber da liegt auch so eine andere Note irgendwie drüber. Das ist ganz, ganz toll. Vor allem stellt dann James Delos die entscheidende Frage, hast du eigentlich jemals Kontrolle über dein Leben gehabt? Also sprich, warst du der Fahrer oder warst du der Passagier? Ne, da haben wir dann eben auch wieder ein Motiv aus Staffel 2. Und direkt hinterher folgt etwas, nämlich seine Antwort. Und seine Antwort, das ist praktisch die Catchphrase oder, ja, ja doch, die Catchphrase der gesamten Serie. Nämlich dieses, wenn du das nicht sagen kannst, spielt es dann eine Rolle. Genau. Ne, also dieses, if you can't say it, does it matter? Und das hat schon diese blonde Hostess am Anfang der Serie gesagt, dieser Angela. Und das ist wirklich, also dieser Satz steht für mich über der ganzen Serie. Ne? Wenn du den Unterschied nicht mehr erkennen kannst, spielt er dann überhaupt noch eine Rolle? Das ist quasi der Schluss, den man aus dem Turing-Test ziehen kann. Genau. Der Turing-Test quasi als Zitat, als Weisheit. Richtig, richtig. Auf jeden Fall machen wir dann wieder einen Schnitt zu dem Gespräch von Maeve und Dolores in der Simulation. Und ja, Maeve wirft dann eben Dolores vor, dass sie zu viel Macht hat, dass sie dadurch, dass sie eben diesen Dechiffrierschlüssel in ihrem Kopf hat, was ich immer noch seltsam finde, wird das eigentlich mal, das muss doch mal aufgelöst werden dann, oder? Oder hat dieser Host in Berlin in Wirklichkeit den Dechiffrierschlüssel im Kopf? Oder bleibt das so ein McGuffin wie Maeves Kind? Ich hoffe nicht. Ja, es war ja schon in der, es ist eigentlich schon seit der ersten Staffel ein McGuffin. Wobei das Ding ja schon irgendwie eine Bedeutung hat. Aber alle wollen es eigentlich haben. Dolores will es haben, Serac will es haben, Maeve will es haben. Ne, weil es ist eben, ja, es ist der Schlüssel zu zwei Welten, ne? Es ist, es entsperrt sowohl das Host-Paradies als auch eben, ja, die Gäste, also die Schmiede, ne? Wo Serac eben dran will. Und dann sehen wir, wie Charlotte, also in der Delos Facility, wie sie in ihrem Büro, wie sie da zum einen aus dem Safe eine Waffe holt und so ein, ja, so ein Giftgaskanister, glaube ich, ne? Erst wusste man nicht so wirklich, was das ist. Das wird auch nicht so wirklich gezeigt und dann erst hat er später aufgelöst. Aber gut, wir spoilern ja jetzt hier in dem Sinne nicht. Sie ruft dann auch irgendwie ihren Mann an, dass sie, dass sie jetzt gleich fertig ist mit der Arbeit und dass sie irgendwie in einer halben Stunde vorbeikommen wird. Und was, was ich so interessant fand, als da halt eben gezeigt wird, wie der sein Handy aufnimmt, und ich weiß nicht, hatte das eine Bedeutung? Man sah da nämlich ein Puzzle. Also da ist eben wie ein Glastisch, wo dieses Handy drauf liegt und da liegt ein Puzzle. Meint ihr, das hat irgendeine Bedeutung? In dem Falle sage ich einfach mal nein. Nicht. Das ist visuell halt nett, diese Puzzlestückchen auf dem Glastisch, aber ich glaube jetzt wirklich nicht. Auch dieses umgedrehte Handy, ne? Das hatte visuell irgendwo was. Ja, ich habe es ja neulich schon gesagt. Ich finde das Design dieser ganz platten Handys fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, bis es die auch wirklich in der Realität gibt. Ja, in Black Mirror gab es so ähnliche. Da haben wir uns auch schon drüber gefreut. Muss ich haben. Genau. Ja, dann will Charlotte abhauen mit den Backups, die sie hat. Und ja, dann wird aber eine relativ spontane Vorstandssitzung vom neuen Chef Serac einberufen. Und die sitzen dann da alle und naja, manche von denen werden so langsam wirklich ungehalten und sagen von wegen, es kann doch nicht sein, dass sie uns hier festhalten und herzitieren, nur weil sie die völlig abstruse Vorstellung haben, dass irgendeiner von uns ein Host sein könnte. Und dann sagt Serac auch, ja, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr machen, denn wir haben den Host. Stimmt's? Charlotte? Ne? Und dann ... Tja, ist sie demaskiert sozusagen, ne? Auch wenn man ihr die Maske nicht herunterreißt, ist sie demaskiert. Ja. Und ja, Serac lässt sie festhalten. Auch wenn er das wirklich mit der absoluten Klischee-Dialog-Line tut. Ich meine, gut, alles kann nicht neu und erfrischend sein, aber er sagt, stimmt es, Charlotte? Oder sollte ich besser sagen, Dolores? Ja, gut. Das war ein bisschen klischeehaft. Auf der anderen Seite fand ich es aber gut, wie dann in seinen Monolog ihr Credo eingebunden wurde, dieses, also wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Ja. Das sagt er dann ja, ne? Und dann sagt er eben auch, wie er sie erkannt hat. Denn die echte Charlotte Hale hätte sich niemals für andere aufgeopfert. Also die Charlotte Hale, die er kannte. Und er sagt dann auch, das ist halt auch echt die Ironie des ganzen Hale-Lores-Handlungsstrangs, die spielt ihre Rolle besser als die eigentliche Person, die schon längst tot ist, ne? Oder beziehungsweise sie hat, sie zeigt mehr Emotionen gegenüber ihrer Umwelt als das Original. Was ja auch schon ganz am Anfang angedeutet wurde in der Beziehung zu ihrem Ex-Mann. Genau, richtig. Aber zeigt das nicht vielleicht auch, dass Charlotte vielleicht ein wenig zu kompliziert gedacht hat und dass diese Programmierte auf das Nötigste runtergebrochen worden ist und so einfach besser funktioniert? Wie meinst du das jetzt? Na, Ford hat das ja damals gesagt, dass man die Hosts so auf das Nötigste runterprogrammiert. Sie haben alle ihr tragisches Schicksal. Aber sie funktionieren auf diese Art und vielleicht haben sie Charlotte halt nur nach so ein paar Dingern programmiert, von der sie gedacht haben, das ist ihre Essenz. Diesen ganzen komplexen menschlichen Kram haben sie dabei außen vor gelassen und trotzdem funktioniert sie besser als die Charlotte, die wir die ganzen zwei Staffeln gesehen hatten. Einfach weil sie auf einem absoluten Minimum funktioniert. Aber Patrick, du musst bedenken, das ist nur die Hülle und Dolores steckt immer noch in ihr und Dolores hat eben auch Emotionen, über die sie funktioniert und auch Empathie. Das zeigt eben, also Herr Loris zeigt zum Beispiel auch, dass immer noch ein Stück weit Menschlichkeit, programmierte Menschlichkeit in Dolores steckt. Weil vielleicht wird auch deshalb die eigentliche Dolores, also Evan Rachel Wood, vielleicht wird die deshalb auch so kalt inszeniert. Dass ihre Kopien menschlicher werden als sie selbst, eben dadurch, was sie erleben. Die wird ja dadurch, dass sie mit der Familie von Hale und deren Leben konfrontiert wird, wird sie eben menschlicher. Das ist ja das Spannende. Ja, jedenfalls tötet Herr Loris dann mit diesem Gaskanister sämtliche Vorstandsmitglieder. Und will dann eben auch Serac erschießen, der sich dann als, ja, als Hologramm entpuppt. Mal wieder. Wieder, ja. Genau. Irgendwann wird das auch alt. Ja, diesem Witz spielen sie ein bisschen häufig aus, obwohl es sah halt geil aus, wie sie auf dieses Hologramm schießt. Und dieses Hologramm einfach nur am Grinsen ist wie der Joker in seinen besten Tagen. Was die Frage aufwirft, ob Serac eigentlich jemals diesen Hovercraft verlässt. Hat schon ein bisschen was von Howard Hughes langsam mit ihm. Ich glaube, er ist paranoid. Ja, aber hat er ja. Er war ja, er ist ja anwesend, er ist irgendwie in einem Nebenzimmer oder was. Er ist in irgendeinem anderen Büro. Cool. Und hat zur Vorsicht dieses Hologramm. Also der ist schon echt schlau. Vor allem muss man sagen, dass, ah, Saw Kassel spielt das auch echt klasse, wo der irgendwie meint, dass er jetzt die absolute Oberhand hat. Und wo er dann auch sagt von wegen, du bist die Letzte, Doros hat dich alleine gelassen und du willst hier einsam sterben, während der Rest deiner Rasse vernichtet wird. Und da sieht man dann auch einen kurzen Schnitt auf den Kühlraum, wo jetzt wirklich die Hosts, auf deutsch gesagt, abgefackelt werden. Sehr starkes Bild auch. Da ist dann wirklich, da ist der letzte Rest des Parks eliminiert. Herr Loris macht sich dann vom Acker. Und Serac hetzt dann wirklich alle Kräfte, die er hat, auf sie. Und auch wenn die Szene im Aufzug wirklich geil ist, von Badass Herr Loris, also die ist ja wirklich schon, die hat auch schon so Terminatrix-Anleihen hier wieder. Ja, sie, John wickt sich hier durch das komplette Untergebäude, durch den kompletten Flur. Genau, das ist schon geil. Also man könnte natürlich kritisieren, das fand ich schon ein bisschen komisch, ich meine, das sind ausgebildete Typen, die da auf sie ballern, das halt wirklich nicht sie irgendwie großartig trifft. Oder schon trifft es sie irgendwie später, aber ja, man muss bedenken, der will sie ja leben, Serac. Das wird ja extra betont, der will sie lebend. Und sie stiefelt dann aber, sie haut gar nicht ab aus dem Gebäude, ne? Sie stiefelt nämlich runter in diesen Raum, wo eben diese Hosts sie Maeve unterstützen sollen, gerendert werden. Inklusive Connals. Und dann, ja, hat sie den Plan, alles zu zerstören. Und das beeinträchtigt dann irgendwann auch das Gespräch zwischen dem Connals-Host in der Simulation, also beziehungsweise der Dolores-Kopie, meine Fresse, jetzt kommen wir nicht durcheinander. Und Maeve, die dann darüber reden, dass, also Dolores versichert Maeve dann eigentlich sogar, dass ihre Tochter zum Beispiel einen Platz in ihrer Welt kriegen würde. Aber dass Maeve ihr dann eh nicht trauen würde. Und sie wirft ihr dann vor allem auch vor, bei Maeve sagt ihr ja dann, ja, du hast zu viel Macht, du hältst die Schlüssel zu zwei Toren in der Hand. Und dann sagt ja Dolores, ja, das musst du gerade sagen, die uns mit ihren Gedanken kontrollieren kann, ne? Also, da treffen dann auch wieder zwei ... Alpha-Weibchen. Zwei aufeinander, genau. Und man merkt dann auch, die Dolores-Kopie traut dann Maeve nicht, weil sie eben sich jetzt mit Serac verbunden hat, ne? Und Maeve sagt dann ja auch, ja, was bleibt mir anderes übrig, ne, wenn du alles zerstören willst. Ja, wie der Showdown zwischen den beiden aussehen wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, da ... Hat man schon in den Trailer gesehen, inklusive Samurai-Schwert. Ja, ja, aber da muss man richtig was auffahren. Und das werden sie auch. Chris, bist du immer noch davon überzeugt, dass Dolores und Maeve eine Kooperation machen werden? Es wäre ein cooler Twist, ja. Und es wäre vor allen Dingen die Überbedrohung, was die Gefahr durch die Hosts für kommende Staffeln nochmal steigern würde. Weil, wenn die beiden sich verbünden, was bräuchtest du dann, um es den beiden entgegenzusetzen? Ich fände den Gedanken auch geil, dass sie sich jetzt noch gegen Serac verbinden müssen. Ich will aber hoffen, dass Serac noch nicht weg ist nach dieser Staffel. Glaube ich nicht. Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich sehe ihn zu gern. Wäre eine Verschwendung. Aber wer weiß, vielleicht hätten ... Naja, also verschwendet wurde jetzt von Son Cassell jetzt nicht. Aber die Figur, die hat noch Potenzial. Es wäre eine Verschwendung, wenn er jetzt verschwinden würde. Ja, ja. Wenn sie ihn nach seiner Hauptschurkenrolle in Oceans 12 nur für einen blöden Cameo in Oceans 13 zurückgeholt haben, dann sind die Macher von Westworld mindestens hoffentlich genauso klug. Ja, ich meine, die haben Simon Quarterman noch irgendwie jetzt zurückgeholt. Und auch hier Hector, die ja eigentlich nichts mehr zu tun haben. Die sind eigentlich sogar Altlasten, wenn du es mal genau nimmst. Ja, apropos Hector. Apropos Hector, genau. Und ich muss sagen, die Szene hat da auch schwer was von Matrix wieder. Oh ja, wenn Cypher die Stecker zieht. Ja, genau, genau. Und ja, Herr Loris holt sich nämlich die Perle von Hector. Jetzt ist nur die Frage, sie holt die doch aus diesem, ich nenn's einfach immer wieder Rauchmelder raus, und hat dann so die Perle in der Hand. Wie kann dann eigentlich Hector noch in der Simulation bestehen? Müsste er sich nicht eigentlich auflösen? Diese Simulation ist für mich sowieso der größte Head-Scratcher von allem, was in dieser Staffel passiert. Da hatte ich von Anfang an so meine Probleme mit, aber gut. Obwohl, wenn man jetzt überlegt, dass in der Simulation, also der ist jetzt zwar aufgeladen mit Hectors Gedächtnis, das hat sie dann ja förmlich durch Handauflegen gemacht, das war ein bisschen albern. Aber er ist ja, also man muss sich ja immer klar machen, diese Simulation und die eigentlichen Kontrolleinheiten sind zwei Paar Schuhe, ne? Ja. Hector ist nur eine Kopie, aufgeladen mit dem Gedächtnis, was Maeve wiederhergestellt hat. Deshalb, ja, ergibt es doch eigentlich schon Sinn, aber Maeve, man merkt, man merkt Maeve wird richtig kleinlaut, als sie dann eben da, äh, Herr Loras in diesem Raum stehen sieht und rumstiefeln sieht und, ja, die sich dann wirklich die Perle von Hector schnappt und die wirklich zerquetscht, ne? Und damit ist dann auch Rodrigo Santoros Rolle in dieser Staffel, würde ich sagen, beendet, ne? Ja. Also, dem werden wir nicht wiedersehen. Falls nicht so ein Hintertürchen kommt wie bei Dennis. Nee, ich glaube nicht den, ja, ach nee, durch so einen Hintertürchen. Für so einen Charakter jetzt nicht. Dafür ist die Rolle, dafür ist die Rolle auch zu uninteressant. Ja. Also, ich mag den zwar eigentlich ganz gerne, aber der ist eigentlich eine Altlast aus den ersten beiden Staffeln, wenn du wirklich drüber nachdenkst, ne? Lebe wohl Xerxes, du warst ein guter Henchman für Maeve. Genau, auch ich, ich mochte den eigentlich ganz gern, also, das, das, vor allem hat der ihr auch immer so ein bisschen Menschlichkeit gegeben, obwohl er eigentlich gar nicht menschlich war. Also, man merkt auch, ihr liegt wirklich was an dem. Genau. Weil sie, sie tickt ja wirklich aus, während Charlotte Harlores Eizkarte, also Gott, wie sie diese Perle zerquetscht, ne? Das, das hatte auch schon was, ey. Das fand ich auch echt schockierend. Ja? Ja, und gerade als Helloris dann aber Maeves Perle sich wahrscheinlich schnappen will, weil Maeve, sieht man, ist zu 85 Prozent fertig gerendert, ihr brandneuer Körper wieder, wird sie dann überrascht von den Delos-Leuten oder Inside-Leuten, die sie auf jeden Fall stellen und sie dann lebend haben wollen. Und ja, Helloris tut dann erst, als würde sie sich ergeben und aktiviert dann aber über ihr Handy etwas, was wir ja auch schon gesehen haben in einer Folge, nämlich während uns in der dritten Folge hatten sie diese Riot-Control-Transformer. Ja, die Koffertransformer, hab ich sie einfach genannt. Brillant. Von denen sie 300 Stück bestellt hatten. Ich hatte jetzt auch gehört, die sollten ursprünglich irgendwie an Saudis verkauft werden. Hatte ich nochmal gehört in der deutschen Version der dritten Folge. Und da hieß es dann irgendwie, ja, die Saudis sind irgendwie abgesprungen nach dem Vorfall im Park. Und dann saßen sie eben auf diesen 300 Robotern fest und dann sagte ja Charlotte, ach ja, wir finden schon Verwendung für die und sie findet sehr wohl Verwendung für die. Denn dieses Ding baut sich auf und auch wenn es ein bisschen Plot-Convenience ist, dass halt wirklich dieser Roboter genau hinter der Wand steht, hinter der sie und dieser Einsatztrupp ist. Fand ich das vor allem geil, wie der sich zusammenbaut. Ja. Weil der ist da irgendwie verstaut auf einem Regal und er setzt sich zusammen durch das Blech von diesem Regal rein. Weil ich hab eigentlich gedacht, der würde nur Dekoration bleiben, aber dass wir sie tatsächlich in einer Actionszene dann zu sehen bekommen. Ach, das war doch klar. Das war doch klar. Ja, aber das hat man in den Trailern gesehen. Ja, weil das ist einfach, dass es so zum Einsatz kommt und vor allen Dingen, dass das Niveau der Effekte immer noch aufrechterhalten wird. Wir haben so oft immer darüber gerätselt, was kostet diese Staffel nur. Und dann auch wieder, als er dann da rauskommt und die beiden anderen Wachen dann fertig macht und quasi in den Pool mit dem Kick befördert, also den einen nicht, dann denkt man sich einfach, ja, die haben gar keine Kosten und Mühen gescheut. Und das war so cool. Ich stehe ja sowieso immer auf Roboter-Action und finde, es gibt im Mainstream-Kino zu wenig coole Roboter-Action. Ich meine, das Transformers-Franchise kann man nicht zählen. Ach, das ist Müll. Eben. Ach, aber dieser Moment war einfach so geil badass. Genau. Sowas will ich öfter mal sehen. Und weniger Albernheiten wie Real Steel. Ich will einen ernsthaften, großen Mainstream-Roboter-Kloppe-Film sehen. Ja, da, ja, Pacific Rim. Mag ich auch nicht so sehr, aber ja, die Stunde wird noch kommen. Ja, ist ein Gitty-Pleasure von mir. Jedenfalls, Herr Loris, mach kurz einen Prozess mit den Typen, die noch übrig sind. Und haut dann ab, aber man merkt, die ist ganz schön angeschlagen, ne? Die humpelt. Also, ihr Bein ist irgendwie ... Die humpelt richtig. Und dann bricht noch mal dieser ... Also, zwei Einsatztüpen verfolgen sie noch und dann bricht halt der Roboter raus. Und alter, sah das geil aus. Ja. Also, das war zwar nur ... Man merkt sie, da merkt man schon die Budgetbeschränkung, dass der halt nur ganz kurz zu sehen ist, ne? Ja, aber es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Ja. Wie er die beiden dann da ... Den einen einfach nur so wegkickt, den anderen dann wirklich packt und wegschmeißt. Wie wir weiter ... Das war klasse. Wobei ich zugeben muss, das hat mich fast schon so ein bisschen an Baymax erinnert. Ich erinnerte das ein bisschen an diesen Roboter aus Judge Dread, den Jürgen Prochnow da hatte, der ihn beschützen sollte. Ach, der ... Ja, stimmt. Der sah vom Design auch cool aus, kam in dem Film nur viel zu selten vor. Oder auch die aus Chappie, ne? Da gab's doch, glaub ich, auch solche. Oder in dem Robocop-Remake. Ja, ja, Chappie, Gruß an den Telehorst dabei übrigens ... Ja, stimmt. Gruß an den Telehorst, ja. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. An die Kollegen vom Telehorst, die noch einen ganz besonderen Gruß bekommen. Keine Bange. Ja. Und dann von einer Szene, wo kurz ein Prozess gemacht wurde, kommen wir sofort zu einer anderen Szene, in der kurz ein Prozess gemacht wird. Oh ja. William verarbeitet sein Trauma auf seine eigene Art und Weise. Ja. Ach, das war so geil. Und wie er dann als letztes auf Jimmy Simpson sein losgegangen ist. Ja, vor allem, er hat das Kind schon getötet. Ja. Man sieht da den Kinderschuh sogar liegen. Gott, ist das fies, ey. Aber ihm ging das Kind halt auch wirklich am meisten auf die Nerven. Das hast du direkt gemerkt. Oh nein, nicht schon wieder das Kinderzimmer. Als das ihn hingeführt haben. Ich gehe davon aus, er hat das Kind direkt das erstes fertig gemacht. Ja, ich glaube auch, dass der den zuerst getötet hat. Also, das Kind dürfte er getötet haben. Den Man in Black hat er auch getötet. Also, ich sehe das halt wirklich so als Moment, dass William reinen Tisch machen will. Dass er sozusagen die Fragmente seiner Persönlichkeit wieder zusammensetzt. Und zum ersten Mal eigentlich wirklich kapiert, wer er überhaupt ist. Oder wer er sein muss. Und der Einzige, der übrig bleibt, ist James Delos. Der sich das mit sardonischer Freude ansieht. Oh Gott, ey. Peter Mullen ist so geil in dieser Rolle. Und der junge William ist dann der, der noch im Jahr meistens rumjammert. Und sagt von wegen, ey, ich war doch das Beste von dir. Ja. Aber ob er es wirklich war, da kann man auch geteilter Meinung. Darüber sein, ne? Weil es schlummerte halt in dem. Ja, ach Gott, ey, Jimmy Simpson. Ach Gott, ey, diese Kamius, die sind einfach nur geil gewesen. Weil ich hab da wirklich nicht mitgerechnet. Sag ich ganz ehrlich. Wir haben sie noch einmal bekommen. Genau. Und wir konnten dann Abschied nehmen von Williams. Ach, gewaltiger Persönlichkeit. Oder den verschiedenen Aspekten seiner Persönlichkeit. Und William hat auch, ja, er hat eigentlich eine kleine Epiphanie. Er hat irgendwie auch eine Katharsis. Ja, er kapiert, was er eigentlich ist. Nämlich eigentlich der Good Guy. Also, er wird jetzt so gesehen eigentlich zum Helden. Das, was in der zweiten Staffel vielleicht so ein bisschen gescheitert ist. Und ich glaube auch, dass deshalb auch dieser Credoc hier gezeigt wurde. Der hat ihm in der zweiten Staffel nämlich ordentlich einen Spiegel aufgesetzt. Wenn ihr euch erinnert an diese Szene. Ich glaube, das ist vor, ja, das war auch die vierte Folge der zweiten Staffel. Da wird ja gezeigt, wie William eine gute Tat vollbringt. Indem er eben die Frau von Lawrence rettet. Ach, ja. Und wenn man mal darauf achtet. Dieser Credoc macht mit Lawrence' Frau genau dasselbe, was er in der ersten Staffel mit der getan hat. Also, tanzt mit ihr da so und spielt sein Spielchen mit der und tötet letzten Endes alle dann irgendwie, ne? Das ist sehr, sehr ähnlich. Das hat ihm unglaublich den Spiegel aufgesetzt. Und das war dann auch der Antrieb dafür, die zu retten. Und auch damals kam dann ein kleines Kind von Geisterhand, das ihm gesagt hat, dass diese eine gute Tat nichts bewirken wird. Genau. Genau. Aber vielleicht die jetzt dann irgendwie schon. Letzten Endes vollbringt er hier eine gute Tat, indem er die Bereiche seiner Persönlichkeit auslöscht, die ihn eigentlich daran hindern, ja, so gesehen eigentlich seiner wirklichen Bestimmung nachzukommen. Und wir sehen dann aber eben, dass das Ganze eine Augmented Reality ist. Und wer taucht schon wieder so ein bisschen Kai aus der Kiste mäßig auf? Stubbs und Bernard. Stubbs und Bernard. Wobei uns da ein kleines Detail entgangen ist, denn dieser Connals-Host hat, glaube ich, Bernard, als sie da in dieser Inside-Facility da waren und eben die Daten da veröffentlicht haben in der letzten Folge, hat er ihm, glaube ich, so durch die Blume mitgeteilt, wo William ist, ne? Ja. Irgendwas war da. Ich glaube, er sagte sogar zu ihm diese Worte, die auch Dolores zu Charlotte gesagt hat. Jetzt wird es Zeit, einen alten Freund zu besuchen. Das kann gut sein, ja. Obwohl er ja eigentlich nie viel mit dem zu tun hatte. Nein, deswegen freue ich mich auf diese Interaktion. Ja. Deswegen freue ich mich sehr darauf, zu sehen, wie mal Bernard und William miteinander interagieren, wie deren Chemie ist, wie deren Persönlichkeiten aufeinandertreffen und was sich daraus ergibt. Ja. Das ist eine neue Figurenmixtur, die wir noch nicht hatten. Das ist schön. Ich freue mich darauf, auch ihn mal jetzt endlich so ein bisschen als Helden zu sehen. Das hat er jetzt nach drei Jahren verdient, auch wenn er eigentlich ein ziemliches Arschloch ist. Ja. Ja, das ist aber einfach die Ambivalenz der Serie, ne? Es gibt hier eigentlich kein Gut und Böse. Nee. Serac ist nicht einfach nur das Böse. Das ist halt das Schöne. Vor allem, was ich noch ein sehr aufschlussreiches Detail fand, Stubbs und Bernard sagen dann, ja, sie müssen ihn irgendwie hier gelassen haben. Sie haben ihn wohl da irgendwie vergessen auf dem Stuhl. Was darauf hindeutet, dass da völliges Chaos wahrscheinlich ausgebrochen ist in der Psychiatrie, ne? Falls sie nicht von ihren Patienten vielleicht umgebracht wurden. Das kann sein. Oder aber das, ja, hast du ja schon gehört, die Hälfte der Pfleger war schon irgendwie weg, ne? Weil die Daten veröffentlicht wurden, was auch immer. Da bricht halt völlige Anarchie aus. Und die haben ihn eben vergessen, nehmen ihn dann mit. Und ja, das ist dann wirklich schon die Gegenthese zu dem, was du meintest, Patrick, von wegen, dass wir jetzt irgendwie Torture Diaries von William kriegen. Ja, ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Das hätten wir vielleicht sogar bekommen, wenn wir zehn Folgen gehabt hätten, ne? Dann hätten sie das vielleicht noch mehr in die Länge gezogen. Ja, ja. Dadurch ist das jetzt irgendwie sehr entschlackt und kompakt. Und ja, gut, ich hätte gern vielleicht noch mehr von dieser Behandlung gesehen. Aber ja, sie frühstücken das mit der Psychiatrie vielleicht ein bisschen ab. Aber stört mich jetzt nicht wirklich. Ja, und dann widmen wir uns eigentlich auch schon so ein bisschen dem Ende der Folge. Denn wir sehen, dass, ja, Mae fertig gerendert ist. Das sind wieder auch wahnsinnig faszinierende Aufnahmen, ne? Also nicht nur, wie dieser Rauchmelder in den Kopf eingesetzt wird, sondern auch, wie ihr Körper entsteht, also wie das zugenäht wird. Und vor allem, wie ihre Augenbrauen gerendert werden und wie das Blut in sie reingepumpt wird. Ja, wir haben noch nie so im Zeitraffer-Verfahren in der Serie die komplette Herstellung eines Hosts gesehen. Immer nur so die letzten Verfeinerungen, so die letzten i-Tüpfelchen. Und ich hätte gerne mal so eine Sequenz so von wirklich vom Anfang bis zum Ende, wie so ein Host gemacht wird. Das kriegen wir bestimmt. Ja, das kriegen wir bestimmt eben in einem Zeitraffer-Video auf YouTube oder so, ne? Weil das dauert ja angeblich mehrere Tage, bis sie irgendwie gerendert sind, mit diesen alten Maschinen zumindest. Fand ich sehr faszinierend, vor allem, das ist schon echt ein Ding. Ich meine, man hat das eigentlich schon einige Male gesehen. Also, der Höhepunkt war da ja auch mit Maeve in der ersten Staffel, wo sie da zum ersten Mal hinter die Kulissen blickt. Wo dann da wirklich Typen sind in der Delos-Facility, die da irgendwie so Schläuche anschließen und dann wird da Blut in den Körper gepumpt. Du siehst die Adern hervortreten, du hörst das Herz, was anfängt zu schlagen. Boah, da hab ich mir damals wirklich gedacht, die machen da Menschen, ey. Also, das war der Moment, wo die Serie mich endgültig hatte, emotional. Auch ganz großartig unterlegt von einem Radiohead-Cover, aber gut. Ja, und dann sehen wir, dass Maeve wieder quietschideel ist, beziehungsweise aufsteht. Und es wird angedeutet, dass ihre Kompagnons auch fertig sind und jetzt aus der Milch auftauchen. Und ja, es gibt jetzt verschiedenste Mutmaßungen, wer das jetzt sein kann. Also, Hector ist ja schon mal weg. Es gehen aber welche davon aus, dass Clementine dabei ist? Das würde bei Maeve sogar Sinn ergeben, da sie ja wirklich so eng mit ihr war. Ja. Genau, und es könnte noch sein, dass diese ... Also, dieses YouTube-Video, was ich gesehen hatte, hatte das davon abgeleitet, welche Schauspieler bei der Premiere zugegen waren, beziehungsweise Schauspielerinnen. Und das war einmal eben diese Angela Seraphian, die halt Clementine spielt. Und zum anderen ... Und die Schlangenfrau. Ja, die Schlangenfrau, aber nicht Amistis, also hier Ingrid Bolzo-Berdahl, sondern diese Asiatin, also halt die aus der Shogun-Welt. Ach, genau. Die Tao Okamoto heißt die. Ich weiß leider nicht, wie die Figur heißt. Die ist übrigens auch aus der Hannibal-Serie. Die war in der dritten Staffel zu sehen. Und die hatte eine sehr, sehr undankbare Nebenrolle als Assistenten-Tussi von Jesse Eisenberg in Batman v Superman. Ich glaub, die hat da kein einziges Wort gesprochen. Ja, ich würde aber mal sagen, es wird Clementine sein. Einfach wegen dem Wiedererkennungswert. Ja, ja, natürlich. Dass sie halt Maeve am nächsten stand. Klar, klar, natürlich. Kann man gespannt sein, was da ist. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Szene von ... Ja, zur letzten Szene nicht nur, sondern auch von zwei Figuren. Denn wir sehen, wie Herr Loras daheim ist und jetzt abhauen will. Beziehungsweise ihre Familie in Sicherheit bringen will. Und um ihren Sohn zu beruhigen, drückt sie ihm dann auch wieder diesen Elefanten in die Hand. Und man merkt wirklich, sie ist da emotional wirklich verbunden mit. Man merkt, sie leidet auch wirklich unter dieser Situation und will wirklich ihre Familie in Sicherheit bringen. Also ich glaub, dass sie zwischendurch auch mal wieder vergessen hat, wer sie eigentlich ist. Nie so komplett, aber so partiell. Dann Michael Ely, weiß ich nicht. Die halten dann sogar Händchen, während sie dann irgendwie fahren. Und ja, sie sagt dann von wegen, bei mir seid ihr sicher. Und tja, das hält dann nicht lange an. Denn tja, das Auto fliegt in die Luft. Und zwar richtig, richtig übel. Das brennt aus auf der Straße. Und man kann davon ausgehen, dass sowohl ihr Mann als auch ihr Kind mausetot sind. Ciao, Michael Ely. Genau. Wir sehen dich dann wieder in einem schäbigen Thriller über eifersüchtige Stalker. Genau. Ja. Man sieht dann auch, das hab ich erst beim zweiten Mal bemerkt, im Hintergrund sieht man so einen Typen von Inside, der Bericht erstattet, dass es wohl irgendwie erledigt ist. Also wird es tatsächlich der gewesen sein. Ich dachte nämlich, die hätten der vielleicht irgendwelche Anarcho-Typen auf den Hals gehetzt über die Reqo-App oder sowas, ne? Nee, nee, die wären von Inside gewesen sein. Genau. Aber Herr Loris ist noch nicht geschlagen. Nein, sie ist jetzt nur sehr knusprig. Genau, sie ist knusprig, kross. Ja gut, knusprig, ja gut. Ist das jetzt schon rassistisch? Weil die Frau ist ja eh schon Afroamerikanerin. Das hättest du jetzt nicht weiter ausführen müssen. Du hättest einfach rübergehen müssen zum nächsten Punkt nach Knusprig-Knus. Tessa Thompson, eine wahnsinnig schöne Frau. Richtig. Eine wahnsinnig schöne Frau. Eine schöne Frau kann nichts entstellen, ja. Genau. Auch nicht ein bisschen. Ja, obwohl, man muss sagen, also hier entstellt ist sie schon so ... Vollkommen. Sie sieht, also Terminator lässt grüßen. Ja. Oder auch Daenerys aus Game of Thrones, wobei es hier dann sogar noch authentischer ist, weil während bei Daenerys, also Emilia Clarke in Game of Thrones, die Haare nicht niedergebrannt waren. Sie hatten es wohl irgendwie versucht, aber es sah im Set so beschissen aus, dass sie es gelassen haben. Hales Haare sind ratzekal abgebrannt. Und ihr Körper ist, ja, extrem. Wirklich. Also die sieht aus wie Anakin Skywalker. Oh ja. Na? Ja, kurz vor der Operation. Und da hatte ich auch so ... Also auch wie sie so rauskriegt, das hat auch einen leichten Terminator-Vibe, ne? Ja, und sie ist völlig fertig. Und die Folge endet damit, dass sie dann ... Da musste ich dann wirklich genau drauf achten, so eine ... Sie hat tatsächlich eine Träne im Auge. Ja, es ist auch klasse, dass die Folge einen mit diesem Bild entlässt. Weil diese Charlotte oder diese Dolores-Version kommt ja jetzt nicht so einfach an einen neuen Host ran. Ja. Also es ist interessant, wie sie generell jetzt noch irgendwas machen kann. Vielleicht halt, ja, Trenchcoat, Hut und Sonnenbrille reicht auch nicht wirklich aus auf Dauer. Aber ich bin gespannt, was sie jetzt mit ihrer neuen Gestalt anfangen wird. Oder ein verbundenes Gesicht. Wobei, ich muss sagen, ich fand diese Explosion ... Also die kam zwar sehr überraschend, aber die war dann auch so ein bisschen, ja, wir müssen die Folge jetzt irgendwie halt so beenden, ne? Das wirkte so ein bisschen gewollt, fand ich. Klassischer Cliffhanger, so. Ja, 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 ich hätte es aber doch ein bisschen ... Ich hätte es noch ganz spannend gefunden, wenn Michael Eadie noch ein bisschen dabei gewesen wäre. Ja, es muss halt was ... Es muss halt ein emotionaler Punch da hinterher kommen. Und diese Figur ... Aber da sind wir schon wieder bei dem Thema. Hätten sie die zehn Folgen bekommen, hätten wir vielleicht davon jetzt noch ein bisschen was gesehen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber, ja gut, also so schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Also es fühlt sich jetzt nicht, wer weiß, wie komprimiert an. Nein. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Also man hat auch im Making-of ... Das Making-of zu der Folge, das drehte sich ja fast nur darum. Und da hat man ... Ja, Tessa Thompson und ihre Stuntfrau. Genau, genau, Tessa Thompson und ihre Stuntfrau. Und man hat aber wirklich gesehen, das ist Make-up. Das ist kein CGI. Also vielleicht haben sie mit CGI noch irgendwie nachgeholfen, weil ihre Wunden lodern ja sogar noch, als sie da aussteigt. Aber es sieht wirklich, es sieht verdammt gut aus. Und wenn es dafür nicht irgendwie einen Make-up-Emmy gibt oder was auch immer, Art Department etc., dann fresse ich wirklich einen Besenstiel. Ich muss bei solchen Szenen immer daran denken, wie heftig das sein muss, da stundenlang, und das ist keine Übertreibung, stundenlang still in dem Make-up-Stuhl sitzen zu müssen für so was. Und sich ja dann auch, nachdem die Szene gedreht wurde, den restlichen Drehtag weiterhin mit diesem Make-up bewegen zu müssen. Genau. Ja, es wird spannend sein, was sie daraus machen. Weiß nicht, vielleicht transportiert die sich in einen anderen Körper, aber kann sie eigentlich nicht mehr. Dolores ist meilenweit weg. Also, ich hab wirklich das Gefühl, die ist in Berlin. Und ja, ich freu mich aus Berlin der Zukunft. Also, Corona ist ja da nicht mehr, ne? Also, kann man gespannt sein. Wie heißt die nächste Folge? Die heißt Past Porn. Da hab ich jetzt noch keine deutsche Übersetzung für parat. Wir können dann auch hier jetzt anmerken, und das ist vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Wir haben ja auch eine frohe Botschaft zu verkünden eigentlich jetzt, diese Woche, denn es ist in trockenen Tüchern, dass die Serie weitergehen wird. Season 4. Genau, Season 4. Also, Staffel 4 ist bestätigt. Wann die kommen wird, steht absolut in den Sternen. Es könnte 2023 sein, angesichts von Corona. Aber wir kriegen nicht nur Season 4, sondern anscheinend auch. Und das ist ... Weißt du, erst bangst du um die Zukunft von dem ganzen Ding. Und dann wird angekündigt, dass wir eventuell gerade mal auf der Hälfte der Serie sind. Fuck yes. Also, es soll angeblich sechs Staffeln werden jetzt plötzlich. Oder wie Arbeit bei Community sagen würde, sechs Seasons in a Movie. Ja, also, ich weiß nicht genau, wie HBO daraus Gewinn generiert, wenn die Quoten nicht so gut sind. Aber irgendwie muss es ja ... Vielleicht verkaufen sich ja die Blu-Ray- und DVD-Boxen besser, als uns klar ist. Ja, ich glaub, die Quoten haben sich jetzt auch ein bisschen berappelt. Und man muss bedenken, in den Quoten steckt auch nicht das drin, was so bei HBO Now und so weiter drin ist. Und die Serie hat auch eine frenetische Fangemeinde. Also, man kann nur noch mal sagen, es gibt eine eigene Reddit-Sektion nur zu dieser Serie. Na? Ja. Ja, und Nolan, Joy ... Also, Joy jetzt nicht, aber Nolan hat einen gewissen Namen. Und das Ganze ist auch immer noch ... Das ist immer noch ein Prestigeprojekt von HBO. Und ich bin gespannt, ob sie in die vierte Staffel vielleicht ein weniger Geld reinbuttern, weil ... Oh Gott, wie teuer war diese Staffel? Ich will es nicht wissen. Ernsthaft. Aber liebe Zuhörer, ihr dürft euch ... Ihr müsst euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Ist es 2023, 25, 32 ... Wir werden vor Ort sein und jede Folge besprechen. Genau, in dieser Ausführlichkeit vor allem. Das ist sicherer als der ... Als der Corona-Tod. Dann werfen wir noch, was wird in der nächsten Folge kommen? Wobei, ich glaub, wir machen jetzt erst mal unser Fazit zu dieser hier. Ja. Wer möchte zuerst? Freiwillige vor. Patrick, mach ruhig. Immer, wenn ihr fragt, Freiwillige vor, dann bin ich sehr cool. Ich fand die Folge sehr gut. Sowohl das Action-Pacing hat gut gestimmt. Auch diese emotionale Komponent hat mich eiskalt erwischt. Und ich fand nur, dass mit Maeve, ja, das wirkte ein bisschen erzwungen. Aber man hat es wahrscheinlich in dieser Folge auch benutzt. Weil das genau derselbe Trope war, den Heyloris hat. Also da auch wieder diese Parallele. Sie hat diese Mutter-Kind-Beziehung und Maeve eben auch. Vielleicht haben sie das deswegen noch mal aufgewärmt. Aber schon allein wegen dieser Therapie-Szene mit den ganzen Williams. Die war einfach nur klasse. Ich geb der Folge dieses Mal die komplette Punktzahl. Wow. Also die hat mich richtig gepackt. Und diese Action-Sequenzen waren einfach klasse. Okay. Es war für mich eine perfekte Folge. Trotz der kleinen Mankos, aber meinen Fresse. Wow, für dich die bisher beste der Staffel. Okay. Für mich, also von den Action-Pacings und so, nee, die beste war die dritte. Mhm. Aber ich fand jetzt auch, dass die gut auf der dritten aufgebaut hat und diesen Charlotte-Handlungsstrang schon sehr gut weitergesponnen hat und auch das geerntet hat, was er gesät hat. Also ich sehe die beiden als so Kombo-Folge, die das gut weitergesponnen und zu Ende geführt hat, zu einem gewissen Grad. Okay. Christopher? Ich gebe vier von fünf Punkten. Sehr starke Folge. Lieblingsfolge bis jetzt kann ich nicht sagen, weil mir einzelne Aspekte, insbesondere die Maeve-Teile dieser Folge, nicht so zugesagt haben. Halt auch sie da einfach ein bisschen rumhängen und in der Nazi-Welt trainieren lassen. Ja. Das ist ungewohnt für die Show, dass man auf solche Füller-Methoden zurückgreift, aber das hat er jetzt auch nicht überhand genommen. Das ist aber auch ein Meckern auf hohem Niveau, ne? Ein Meckern auf ganz hohem Niveau, natürlich. Und es hatte ja eine Bewandtnis, dass sie in Warhol war, ne? Ja. Und ansonsten auch Action, emotionale Payoffs, großartig. Aber es war auch eine Folge, die in erster Linie dafür da war, auch Weichen zu stellen. Und was das betrifft, hat es eine hervorragende Arbeit geleistet. Nicht meine Lieblingsfolge, aber ich gebe grundsolide vier von fünf. Ja, da kann ich mich anschließen. Also, die perfekte Folge war es jetzt für mich nicht. Ich fand auch das Ende, ja, wie gesagt, diesen Cliffhanger, den finde ich irgendwie ein bisschen drüber mit Charlotte. Stört mich jetzt, aber wenn ich nicht mehr weiß, wie auch vier von fünf verkohlten Kontrolleinheiten vergeb ich. Man kann jetzt gespannt sein. Also, es ist wirklich eine Brückenfolge, würde ich einfach sagen. Aber im positiven Sinne. Und ja, doch, das mit den Williams ist halt ... Ist halt echt ein Highlight gewesen. Also, überhaupt, dass man ... Ich meine, du hattest ja schon die Befürchtung, Christopher, dass wir Ed Harris gar nicht mehr so wirklich wiedersehen würden. Ja, Gott, bin ich froh, dass ich da so was von falsch lag. Aber so was von. Ja, weil der auch so ... Ja, ich glaube, sie wollen auch mit einem irgendwie spielen, ob der noch mal ... Ich meine, ganz ehrlich, die haben ihn in Folge 4 erst wieder eingeführt. In Folge 5 muss er wieder aussetzen. Jetzt in Folge 6 ist er erst wieder da. Also, ich will nicht sagen, dass er eine untergeordnete Rolle spielt. Auf keinen Fall. Aber man merkt, sie halten ihn irgendwie immer noch so ein bisschen zurück. Na? Ja. Aber die Serie liebt es auch, mit den Erwartungen zu spielen. Also, da hat das auch absolut ans Konzept gepasst. Ja, richtig. Okay, aber ich ... Ja, dann ist es ... Es ist kein Fünfer-Kandidat. Ich gehe auf 4,5 runter. Ja. Ja, sorry. Ach, Patrick, jetzt lass dich auch nicht ins Boxhorn jagen. Ja, ist schon okay. Aber dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf das Kommende. Denn die nächste Folge ... Ich weiß nicht, ob ... Ihr habt die Vorschau gesehen, ne? Ja, ja. Nein, hab ich nicht. Gar nicht. Bin grad komplett blind. Okay, die wird eine sehr Caleb-lastige Folge. Denn wir sehen anscheinend extrem viele Rückblenden von Caleb beim Militär. Aber wir sehen auch irgendwas, was er mit Dolores macht. Und wie sie dann irgendwie sagt, ja, dein ganzes Leben hast du irgendwie nur Follower. Jetzt sollst du mal Leader werden. Und ich weiß nicht, warum. Irgendwie hab ich das Gefühl, wird Caleb so der neue John Connor? Indem er mit einer Maschine zusammenarbeitet. Ja, die Parallelen sind offensichtlich. Wobei diese Maschine hier ja auch den Untergang der Menschheit herbeiführen will. Ja gut, es kann sein, dass das große Finale anders abläuft und er sich gegen sie wendet. Und wir haben Caleb vs. Dolores im Finale. Was ich für momentan relativ wahrscheinlich halte sogar. Caleb vs. Dolores, okay. Ja, ja. Also es gibt's auf jeden Fall, man hat's ja schon in den Trailer gesehen, es gibt das Stand-off Maeve, Dolores und Maeve mit Samurai-Schwert. Also das dürfte extrem geil werden. Also wird das Love-Story-Theme nicht mehr vorkommen. Eigentlich, wisst ihr wer eigentlich, was das eher ist? Das ist nicht Matrix, das ist die Szene aus Kill Bill. Ja. Mit, mit, äh, wir, wir treffen uns da irgendwie auf einem Sportplatz komplett in Schwarz und tragen das aus. Naja, stimmt. Ne? Deine Haare unter einem schwarzen Strumpf. Ja, genau. Und sie ist auch noch blond und Fendi Newton ist auch noch Afroamerikanerin wie Vivica Elfox. Ach Gott. Aber gut, äh, Leute, ich würd sagen, da kommen wir nächste Woche zu. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freu mich auf die zwei verbliebenen Folgen, woran wir uns noch klammern können, dann bis 2023. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Wir haben ihn nach wie vor, finden diese Staffel ganz, ganz großartig. Und, äh, ich bin überzeugt, dass da noch einiges kommen wird, obwohl wir jetzt nur noch zwei Folgen vor uns haben. Und das muss angemerkt werden, es ist mittlerweile raus, das Finale wird auch verkürzt sein. Also wir werden keine 90-Minuten-Finale kriegen, sondern nur 75. Aber immerhin. Wird schon bringen. Das wird schon bringen. Es kommt nicht auf die Lauflänge an, sondern auf den Inhalt. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bringe mich offline. Ciao, ciao. Motorik einstellen. Einstellen. Applaus